Da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Paper Mario. Schon eine ganze Weile her, ja. Ja, und ich weiß gar nicht mal, wie ich anfangen soll, hier zu starten, zu reden. Wir haben auf jeden Fall viel vor heute in diesem Spiel. Aber ich habe auch beschlossen, dass wir heute den letzten Stream von dem Spiel machen. Wir gucken einfach, wie weit wir heute kommen. Wir werden nicht alles, 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 was ich mir vorgenommen habe, heute machen. Einfach, weil es zu viel ist und weil es auch ein bisschen stumpf ist und vielleicht auch nicht ganz so unterhaltsam teilweise. Hi, Bastian. Ich werde versuchen, folgendes zu machen. Ich werde versuchen, dieses Landkarten-Ding so ein bisschen voll zu kriegen. Zum Beispiel da unten ist da was. Ja, das ist in dem Casino. Das ist in Flopstadt zum Beispiel. Und dann haben wir diese Raum der 100 Gegner. Da nennt man das Pit of 100 Trides, heißt das ja auf Englisch. Und das muss man eigentlich insgesamt dreimal machen. Ich habe hier oben überhaupt nichts verloren, oder? Und dann gibt es noch dieses eine Kapitel. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert euch noch. Dieses eine Kapitel, wo man in 100 Räumen gegen jeweils einen Gegner kämpfen musste. Nicht so verwechseln mit dem, was ich gerade gesagt habe. Und da, wo die Welt eingesaugt worden ist. Jetzt kann man das nachholen. Ist ein bisschen stumpf und langweilig, das zu spielen. Aber man kann es halt machen, ne? Und ich würde mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich glaube, wir fangen einfach mit Pit of 100 Trides an. Also einfach mit dem... Deswegen würde ich mir ein paar Items erstmal nehmen. Weil das wird schon ein bisschen tough. Abholen. Ich nehme mal eine ganzen Ultra-Pilz-Mixen mit. Dafür habe ich sie hier. Oh, ich habe... Meine Items sind voll. Okay, Moment. Irgendwas lagern. Das behalte ich. Das lagere ich. Den Goldbarren lagere ich. Ähm... Fleisch. Ich will möglichst viele Ultra-Pilze mitnehmen. Moment. Nehmen. Äh... Abholen. Ich muss mich ja selber erstmal umschauen. Ich habe zwei Stück noch davon. Und noch zwei Lebenspilze. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage mal, ein Lebenspilz reicht. Zur Sicherheit will ich einen zweiten mitnehmen. Also lagere ich noch, ähm... Ein... Der Pilz-Mixe. Und nehme mir... Ich wollte es nicht kaufen. Und nehme mir mit noch einen Lebenspilz. So. Dann haben wir es erstmal. Dann sind wir voll bepackt. Und hoffentlich fit genug für dieses... Ähm... Raum. Hier, 100 Räume mit Gegnern. Ähm... Ja, es ist natürlich anders als in Paper Mario 2, dieses ganze System. Das ist natürlich... Äh... Dadurch, dass hier kein Rollenspiel hier mehr ist. Also... Zumindest grösstenteils nicht mehr. Warte mal. Wo muss ich hier überhaupt... Oh Gott, ey. Ich habe lange nicht gespielt. Ich habe völlig vergessen, wie diese Map hier aufgebaut ist. Entschuldigung. Ich muss erst mal mich zurechtfinden. Naja, aber ich... Hab mir eigentlich jetzt gedacht... Ein Stream reicht jetzt eigentlich von diesem Spiel. Vor allem, weil ich hier in letzter Zeit eufer gar nicht schaffe... So viel und so regelmäßig zu streamen. Und wir auch mal irgendwie weiterkommen wollen. Ähm... Ich kann hier nicht damit kaputt machen. Ich muss jetzt selber erst mal gucken, wie man da hinkommt. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ähm... So... Und ich glaube nicht mal, dass ich hier richtig bin, oder? Bin ich auch nicht. Aber Moment, Moment. Wir haben am Ende vom letzten Stream... Haben wir einen neuen Pixel erhalten. Und zwar diesen Piccolo. Und der kann eigentlich nichts. Der kann nur ein bisschen Musik spielen. Und unseren Soundeffekt ändern. Und irgendwie machen, dass Statuseffekte kuriert werden. Aber wir haben ja auch diese Blöcke hier. Und das ist ja offensichtlich, dass der damit irgendwas macht. Okay. Dann haben wir schon mal hier... Ah, ich dachte, wir würden da hinten hinkommen. Da, wo sie... Den Aufzug wieder runter geht. Okay, wir kriegen eine Karte hier. Merle-Karte. Wie cool. Wie lang ist es her? Ja, stimmt. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Naja. Und ich habe auch viel nachgedacht in der Zeit. Ich weiß, ich habe euch ein Mario-Rollenspiel-Marathon versprochen. Aber irgendwie... Das ist natürlich blöd. Ich will keinen Marathon abbrechen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber irgendwie zieht es mich gerade ein bisschen mehr zu Pokémon. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht. Ich denke mir in letzter Zeit, irgendwie hätte ich jetzt mehr... Irgendwie würde jetzt Pokémon mehr Bocken zu zocken. So im Stream. Ich weiß auch nicht. So schön Pokémon gelb. So ein Pokémon-Marathon oder sowas. Aber ich kann ja nicht einen Marathon jetzt einfach abbrechen mittendrin. Und einen anderen anfangen. Irgendwie gehört sich das ja auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Wegen dem neuen Trailer. Ach so. Ja. Ich meine, wenn ich einen Pokémon-Marathon machen würde. Das heißt, alle Hauptspiele... Ich meine, natürlich würde ich dann auch das neue Pokémon spielen. Wann würde das kommen, wenn ich die Sachen chronologisch spiele? Ähm. So. Ich muss sagen, das... Reizt mich gar nicht mal so sehr, das neue Pokémon-Spiel. Ich würde es mir holen und spielen. Ich meine... Arceus... Arceus... Wie heißt das Spiel? Pokémon-Legenden Arceus. Arceus. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Habe ich auch nie gespielt. Und das ist ja auch schon eine ganze Weile jetzt raus. Und zum Beispiel... Oh, das ist jetzt doof. Okay, ich schmeiße einen Pilz-Mix weg. Das eine Ding ist nämlich ein bisschen besser hier. Ähm. Und... Ähm. Pokémon-Schwert zum Beispiel. Ne, Pokémon-Schild habe ich auch nur ein einziges Mal durchgespielt. Genau, das gleiche gilt auch für Pokémon... Wer ist das denn mal? Pokémon... Strahlen der Diamant. Leuchtende Perle. War ich da noch nicht? Ey, lass dir mal ein Bord wachsen. Ey, Mann. Was geht? Oh, ich war noch nie hier. Oh, nice. Oh, Moment. Das muss ich natürlich behalten, das Item. Moment. Weil das ist ein... Item, was wir einmal einsetzen. Und dann haben wir permanent fünf mehr Kraftpunkte. Leider werden sie nicht automatisch mit abgefüllt. Äh, aufgefüllt manchmal nicht. Aber krass. Ja, nice. Ähm. Du kannst ja immer abwechseln zwischen Mario und Pokémon. Ja. Ja, irgendwie auch. Auch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht. Wie geht's dir? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ne, mir geht's ganz gut. Keine Sorge. Ich meine, ich habe ja extra angekündigt, dass die Streams unregelmäßiger werden. Ähm. Ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich irgendwie mehr Bock Pokémon zu spät. Ich weiß auch nicht. So richtig schön angefangen bei Pokémon Gelb. So, das ist der Raum der 100 Räume. Ich meine, als nächstes würde ich auf der Liste hier in unserem Marathon stehen. Ähm. Mario und Luigi 3. Bowser's Inside Story. Okay, also hier ist das Konzept so. Wir haben 100 von solchen Räumen. Wir haben immer 5 Minuten, um einen Raum zu lösen. Eine Zeit sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm. Und hier sind immer Gegner drin. Und ein zufälliger Gegner hat einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel müssen wir dann immer zu dieser Tür. Ich weiß nicht, ob die Räume zufalls generiert sind. Ich glaube eigentlich nicht. Ähm. So. Aber was ich raten würde, wäre auf jeden Fall Bowser nehmen. Oh. Okay. Ich habe ja das ja noch. Ja, gut. Ich habe schon meine 10 Items voll, also. Ja, dann esse ich den Voltopilz. Eins. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Knöpfe hier belegt habe. Moment. Zwei. Eins. Genau. Brechen wir die Scheißspiele ab und zocken Pokémon. Guck mal, ich habe euch abstimmen lassen, alle damals. Und einfach 50% haben gesagt, sie wollen die Mario-Rollenspiele haben. Ich meine, ich habe nichts gegen die Mario-Rollenspiele. Ich spiele es ja auch gerne so. Aber jetzt nach der ganzen Weile denke ich mir, boah, was ist mit Pokémon eigentlich? So ungefähr die anderen 50% haben mich nochmal aufgesplittet zwischen Pokémon und Mario Kart. Wo ein bisschen mehr Leute noch Pokémon als Mario Kart gesagt haben. Ja, aber ich weiß nicht. Da haben wir diese Marathons gestartet und ich verstehe mich nicht falsch, ich habe richtig Spaß an den Marathons. Wenn ich jetzt an die Paper Mario 2 Streams zurückdenke, Paper Mario 1 oder Mario RPG, die Mario-Rigi-Spiele. Eigentlich auch dieses Spiel hier. Ich habe ja an jedem von diesen Spielen Spaß, auf jeden Fall. Das kann man nicht sagen, aber... Aber ich weiß nicht. Irgendwie... Ich finde schon fast Pokémon eignet sich einfach besser für so einen Marathon-Spaß. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Das sind einfach so Gedanken, die man hat. Du hast, glaube ich, damals Mario Kart ausgewählt, ja. Mario Kart wäre, glaube ich, ein schnelles Marathon geworden. Im Vergleich zu den anderen beiden. Allein schon, weil es kein Rollenspiel ist. Wenn ich jedes Mario Kart mit allen Cups und sowas durchspielen würde. Plus natürlich Custom-Strecken. Viele Mario Karts haben ja Custom-Strecken. Also in Mario Kart Wii gibt es nochmal 400 Bonus-Extra-Strecken oder sowas. Ich meine, klar, dann hat man doch ein bisschen Zeit darin gesteckt. Aber ich glaube trotzdem, vom Großen und Ganzen geht das noch schneller um als... Ich wollte Mario nehmen eigentlich. Als die anderen beiden Sachen. Also Pokémon oder Mario-Rollenspiele. Achso, das ist jetzt natürlich doof. Moment. Mario Kart Wii hat doch 1000 Custom-Strecken. Das soll ewig... Ja, aber wir würden es ja alle genau ein einziges Mal spielen. Ich meine, klar würde ich... Oh shit, ich muss ja aufpassen. Wenn es um die Custom-Strecken geht, würde ich ja nicht alle... Äh... Auf 50, 100 und 150 durchspielen. Aber ich meine... Wie gesagt, ähm... Gucken wir mal. So ist es ein Gedanken, den ich mehr mache. Ich meine, ich... Will euch natürlich auch nicht hängen lassen und sagen so... Ey... Ich meine, auf meinem Kanal... YouTube-Kanal-Trailer sieht man immer dieses Video. Liebe Mario-Freunde, wir haben einen neuen Marathon. Oder irgendwie sowas erzähle ich da. Und dann mittendrin sage ich so... Ha, doch nicht mehr. Irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie würde ich mich fühlen, als würde ich... Nicht zu meinem Wort stehen. Wenn ich so einfach mittendrin so ein Mario-Marathon einfach... Nicht mehr weiterführe. Und einfach schon das nächste Ding anfangen. Wo soll denn das enden? Wer weiß, ob ich dann nach dem 4., 5. Pokémon-Spiel dann doch wieder sage... Nö, jetzt will ich doch was anderes spielen. Und so... Wo soll das enden? Ich finde, man muss eigentlich zu seinem Wort stehen. Aber auf der anderen Seite hätte ich auch Bock, Pokémon-Gelb und Pokémon-Kristall zu zocken im Stream. Oder Pokémon-Kolosseum. Ich habe ja schon eine feste Liste... ...für die Pokémon-Streams. Mach dir keinen Stress. Ben, du bist mal diesen Marathon. Überleg mal, worauf du Lust hast. Ja, schon. Aber es würde halt noch mindestens ein Jahr dauern. Was ist das hier oben? So, ich fresse jetzt die ganzen Trockenkürze, weil sie heilen mich um 1 Kp. So, und das hier ist das Konzept von den 100 Räumen mit den Gegnern hier. Und so weiter und so fort, ne? Also, und das gibt es 3 Mal in diesem Spiel. Und das ist das erste von 3 Mal. Deswegen meine ich ja, wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. So, wir haben jetzt Raum 10 erreicht. Und zur Belohnung gibt es eine seltene Karte. Tipi-Karte. Wie schön. Achso, und der Händler hier. Ähm, ich habe natürlich nicht vor, etwas zu kaufen. Aber nur mal aus Spaß gucken. Er verkauft natürlich die Sachen für einen ordentlichen Preis ja auch, glaube ich. Ähm, aber ich brauche nichts. Draußen ist es richtig stürmisch. Bei mir überhaupt nicht. Bei mir ist gerade richtig Chili-Wetter hier. Also, mit Chili meine ich nicht wirklich Chili. Aber so, ganz entspannt. Nicht viel los. Ja, das sind Gedanken, die ich mir jetzt seit ein paar Tagen mache, auf jeden Fall. Was diese ganzen Streams und Marathons und sonst was angehen. Ich meine an sich, rein theoretisch, auch wenn das ein bisschen gucken muss, wie man das umsetzt. Kann man auf zwei Marathons verbinden. Ich meine, das würde jetzt die ganze Sache noch umso länger machen. Aber ich könnte nach einem Pokémon-Spiel, äh, oder nach einem Mario-Spiel, ein Pokémon-Spiel spielen, nach einem Pokémon-Spiel, ein Mario-Spiel und so weiter, ne? Also, wer weiß. Sowas halt. Ja, und bei Pokémon habe ich halt auch schon so eine feste Liste an Spielen, die ich halt spielen würde. Ich habe sie halt nie gesagt, so. Achso, hier muss ich die Dinger, Moment. Ähm. Die Bombe kaputt machen. Und zwar würde ich theoretisch dann spielen, chronologisch gesehen. Pokémon Gelb, dann Pokémon Kristall. Immer die dritte Version von einem Spiel. Das heißt, statt Pokémon Rot und Blau, halt dann immer so die dritte, die bessere Version, sage ich mal. Deswegen auch Kristall und nicht Gold oder Silber. Dann Pokémon Colosseum. Dann Pokémon, jetzt muss ich aber selber überlegen, welche Reihenfolge das alles bekam. Äh, dann Pokémon Smark, glaube ich. Weil Smark ist die bessere Version von Rubin und Saphir. Aber Smark kam nach Colosseum raus. Ne, ich glaube vorher noch, äh, Pokémon Feuerrot, Blatt, Grün. Ich würde nämlich halt die Originalspiele und die Remakes hierbei spielen. Weil, ähm, sie ist schon sehr unterscheidend auf jeden Fall. Diese Röhren hier nebenbei, die führen uns immer ans andere Ende vom Raum. Falls euch mal das gefragt hat. So, dann Pokémon, sagen wir, Blatt, Grün. Pokémon, dann Pokémon Smaragd. Dann Pokémon XD. Achso, ich habe den Schlüssel schon längst. Was mache ich denn hier? Ähm. Dann Pokémon Platin, glaube ich. Vielleicht sage ich es jetzt, vielleicht vergesse ich jetzt ein paar Sachen. Nach Pokémon Platin, dann Pokémon Schwarz. Schwarz 2. Pokémon Y. Pokémon X, Y. Na, ich will Pokémon X spielen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich scheiße auf Pokémon Y. Ich mag Pokémon Y nicht. Pokémon X ist das bessere Spiel, ja? Es war das gleiche Spiel, aber ich habe mir schon X gekauft damals. Und ich habe nicht eingesehen, warum ich ein, ähm, wenn ich ein Spiel haben kann, das X heißt, statt ein Y, was drei Silben hat. Das hätte mich zu sehr genervt. Hast du schon gehört, die elfte Pokémon Generation kommt raus? Nein, Mann, warte mal, das ist nicht die elfte. Das ist doch die neunte, glaube ich. Pokémon Scharlach und Pokémon Violett. Ja, genau das. Pokémon Scharlach und Pokémon, ähm, Windpokken. Es ist die neunte Gen, glaube ich. Ich habe es ein bisschen gesehen. Ich meine, es sieht für mich fast genau aus wie Pokémon, äh, Schwert und Schild, aber ja, von mir aus. Ne, wieso nicht? Die haben es Pokémon Karmesin genannt. Die deutschen Titel finde ich auch ein bisschen ungünstig gewählt. Also, die heißen Karmesin und Purpur. Wieso haben wir es da vielleicht nicht Pokémon Purple? Doch, aufwendig heißt es doch Pokémon Purple. Pokémon Scarlet. Was hundertmal coolere Namen sind. Aber gut, jetzt haben wir Karmesin und Purpur. Karmesin und Purpur. Ja. Es wird noch kommen. Pokémon X auf jeden Fall. Pokémon Omega Rubin. Ähm, Pokémon, äh, Hard Gold, Soul Silver habe ich noch völlig vergessen. Kommt auch noch irgendwo zwischendurch. Ähm. Ähm, ja. Schwert, Schild natürlich. Äh, Ultrasonne. Jetzt scheiße ich rein mit der Reihenfolge auf jeden Fall. Das haut gar nicht mehr in. Aber ihr wisst, so das, diese Pokémon Games so. So, jetzt habe ich noch ein Problem. Was, wenn der Typ den Schlüssel hat, und ich den nicht töten kann? Dann ist das jetzt ein bisschen doof. Ich hoffe jetzt einfach mal, einer von den anderen Viechern hier hat es. Hat es nicht. Okay, dann muss ich jetzt... Wie töte ich denn? Kann ich den nicht einfach mit dem Hammer drauf haben? Ja, das geht. Ich würde mir natürlich Pokémon Scharlach holen, wegen Scarlet Johansson. Alles klar. Ja, warum nicht? Sind alle hier große Scarlet Johansson-Fansson-Metrain? Natürlich, der Allerletzte hatte das. So. Guck mal, der Hintergrund, oder nicht der Hintergrund, der Boden sieht aus wie das Innere, ne? So Hardware-mäßig. Merke ich jetzt erst. Naja. Auf jeden Fall das. Aber ich meine... Ich glaube, ich habe nicht mal Interesse bei mir, das neue Pokémon-Spiel jetzt erst mal zu holen. Ich meine, wie gesagt, ich habe Legendner Arzolls noch nicht mal gespielt. Und das soll voll gut sein, das Spiel. Und ich habe es trotzdem nie angerührt. Und selbst Pokémon Leuchtende Perle habe ich gerade nur so durchgespielt. Eigentlich fehlt noch... Also ich habe so gut wie gar nichts so Optionales gemacht. Da gibt es ja dieses coole Untergrund-Höhlensystem, meine ich. Und ich habe fast gar nichts davon gemacht. Ich habe einfach nur die Story nur einmal durchgespielt. Mir fehlt auf jeden Fall ein Liga-Rematch. Das wollte ich schon machen, aber da habe ich das Spiel jetzt wieder monatelang liegen lassen. Wie nennen sie sich überhaupt Pokémon Crimson in Deutsch? Was? Pokémon Crimson? Crimson ins Deutsche? Ich weiß nicht schon, was das überhaupt bedeutet. So, also das Spiel hier gerade, was wir gerade spielen, das wirkt gerade noch ziemlich einfach, weil die Gegner uns hier gar nicht viel können. Aber es werden ja auch immer ein bisschen anspruchsvollere Gegner in der Zeit. So, wir müssen den Buhu... Achso, gibt es zwar noch nicht, aber es ist eine Frage der Zeit. Ich weiß trotzdem nicht mal, was das ist. Yes, ich habe gehofft den Schlüssel. Gut. Naja. Aber, weiß nicht. Pokémon, Mario. Wenn ich es schon mal schaffen würde, eine Sache richtig durchzuziehen. Aber ich meine, ich habe schon Sachen richtig durchgezogen. Das müsst ihr mir echt hoch anrechnen. Ich meine, kommt schon. Ich habe die Smash Bros. Spiele komplett auf 100% durchgespielt. Ich wette, das hat kaum ein Mensch jemals gemacht, zumindest in einem Stream. Das ist schon heftig. Und dann noch die ganzen normalen Mario-Spiele. Alle im Stream gezockt. Von Super Mario Bros. bis Mario Odyssey alles durch. Plus noch die coolsten Hacks davon. Von den Spielen. Also von hauptsächlich Super Mario Bros. Spielen. Und das ist schön auf meinem YouTube-Channel noch als Bot gespeichert. Denn man jederzeit das noch gucken kann. Oh, Moment. Wie viel Schaden damit der überhaupt? Ich glaube, die sind doch immun gegen Feuer, oder? Okay, du gehst mir ein bisschen auf den Sack hier. Aber im Endeffekt hat der den Schlüssel. Okay. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil lang nichts mehr gehört von dir. Warte mal. Ich lade jede Woche YouTube-Fideos hoch. Das ist ein Lebenszeichen, Mann. Crimson ist übersetzt Karmesien. Das wusste ich nicht. Ähm. Genau, aber... Uuuh, Moment. Sing mich nicht an, Alter. Ohne Pfirsich. Lass mich die mal schnell aufessen. Schau die Videos nicht. Ja gut, dann ist das leider dein Problem. Aber... Auf jeden Fall existieren coole YouTube-Videos von Super Mario Vortex. Oder von einem Super Mario Vortex, ja. YouTube-Videos kommen automatisch erstellen? Was meinst du damit? Oh, oh. Wo ist mein Schüttelnknopf? Oh, Mann. Scheiße, ey. Das ist ein richtiger Kackraum, ey. Okay, immerhin hat der den Schlüssel. Ich schaue kein kommentierend Gameplay-Videos mehr. Nur noch Streams. Wisst ihr, was ich da einfach machen sollte? Ich sollte einfach meine YouTube-Videos im Stream laufen lassen. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Einfach so ein paar Oldies, ein paar OG-Videos von damals einfach im Stream laufen lassen. Nebenbei bin ich einfach im Chat und kommentiere die mit euch live mit. Also halt geschrieben, ne. Ich würde da nicht nochmal extra Audio machen, sonst würdet ihr ja gar nicht wissen, wer... Wer der Video-Ich ist und wer der Live-Ich ist. Und dann einfach über die lustigen alten Zeiten irgendwie ein bisschen reden. Marco-TV mit Werbung. Das können wir dann auch machen, dass wir so richtig die Easy-Form von Livestream machen. Man kann das Veröffentlichung, das Datum feststellen und kann somit chillen. Ja gut, aber die Videos müssen ja trotzdem erstmal gemacht werden, ne. Außerdem, wieso habe ich Bowser nicht ausgewählt wieder? Weswegen? Also ich meine, klar, es ist wie du es schon sagst. Das kann ich ja nicht leugnen. Die Videos werden voraufgezeichnet und dann schön über ein paar Tage verteilt immer hochgeladen. Aber ich meine, überhaupt die Tatsache, äh, ja. Dass das überhaupt geschieht, heißt ja schon mal, dass ich irgendwie noch am Leben bin. Werbung gefühlt als 20 Minuten fürs Pro-Sieben-Feeling. Ja man, ich mache ein Pro-Sieben-Logo noch oben ran. Wie komme ich denn jetzt da hin, Alter? Um ein Blick mal. So, okay. Ich habe du hast die Meisterschaft von AC Milan gefeiert. Oh, ja, ich habe mir das angeguckt. Ich habe mich sehr gefreut. Über das, was passiert ist. Ich habe jetzt erstmal seit Ewigkeiten mal wieder die Serie A gewonnen. So. Kabumso-Karte. Okay, wir kriegen ja Karten für unseren ganzen Partnern. Das stimmt. So, das endlose Ding hier. 100 Räume. Spaß. Nach neun Jahren, glaube ich. Ja, ich glaube, eigentlich sollte ich das ganz genau wissen. Ich glaube, die letzte Meisterschaft war 2011, 2012, die die gewonnen haben. Oh, das Item droppt. Kann Gegner aufhalten. Ganz ehrlich, ich scheiß drauf. Ich würde nur noch Heil-Items hier benutzen. Wenn überhaupt. Also klar, ich habe ihm den Volto-Pilz genommen. Aber selbst das? Wofür? AC Milan hat gewonnen. Richtig schön. Das war 2010, 2011. Oh, ja. Jetzt ist mal, lag ich noch ein Jahr falsch. Ich meine, ich muss auch zugeben, 2010, 2011 war ich noch überhaupt nicht im Fußball drin irgendwie. Ich bin selbst heute für einen, ich sage mal in Anführungszeichen, Fan, bin ich immer noch sehr unfair nach. Weil ich erst mal oft gar nicht mal checke, alle Spieler, die irgendwie gerade spielen. So, ich habe gar nicht alle Namen im Kopf. So. Ich gucke gar nicht alle Spiele. Ich gucke sogar eigentlich eher die wenigsten Spiele richtig live. Von daher ist das schwer, wirklich zu sagen, ich bin Fan, in Anführungszeichen. So, warte mal. Ich muss ja irgendwie erst in die Röhre rein. Aber 2010 war mir erst alles scheißegal, man. Das Einzige, was mir für mich wichtig war, war Nintendo, man. Oh, oh. Boah, der Typ vervielfältigt sich. Moment, kann ich auf ihn springen? Die Antwort ist nein. So, jetzt bin ich verlangsamt, leider. Ich mag, dass die Räume wie ein Game & Watch aussehen. Das stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist mir früher auch nie aufgefallen. Aber das habe ich jetzt auch gar nicht mal angesprochen. Aber stimmt, es ist Game & Watch. Du bist ein Nebenbei-Fan wie ich, sozusagen. Äh, ja, es ist, ja doch, auf jeden Fall. Also, ich mache mir halt nicht sehr viel draus. Sag mal, wenn meine Lieblingsmannschaft verliert, dann ist das so, ja, ist schade, so. Aber Tag geht weiter, ne. Also, ich versuche, oder nicht nur ich versuche nicht. Ich mache gar nicht meine ganze Laune davon abhängig. Ich sage einfach, so ist es halt. Boah, nice, dass der den Schlüssel hat. Da brauche ich gar nicht mehr nach oben hin. Genau. Genau, und das sind diese Game & Watch-Räume hier. Moment, ich muss auf jeden Fall hier Pause aussehen, wegen diesen scheiß Flutterdingern hier. Oh, sehr gut. Der schon mal den Schlüssel hat. Das sind schon eher nervigere Gegner. Und ihr merkt, so ein bisschen verliere ich schon an KP hier. Dann habe ich ja mein nächstes Level-Up bei 900.000 Punkten. Ist ja noch eine Weile dahin. So, weil beim Level-Up füllen sich auch meine KP wieder komplett auf. Aber ihr merkt schon. Also, es ist nicht so, dass ich hier überhaupt keine Chance hätte, zu verlieren. Boah, jetzt der ganze Ninja-Wurfstein. Was ist hier los? Die Räume hier war das Null-Welt von Marlboro's Remix. Änderst du dich da noch? Müsste ich nochmal sehen, glaube ich. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Einmal im Livestream und einmal im Let's Play. Und mir ist es trotzdem ein bisschen entgangen. Aber ich glaube, es sagt mir auf jeden Fall ein bisschen was. So, Moment. Ich muss leider ein bisschen hier, wegen diesen Viechern hier, eine extra Runde hier machen. Moment. Kann ich den nicht so? Perfekt. Okay. Komm. Du hast den Schlüssel natürlich, ne? Moment. Bleib mal stehen, bitte. Dann den auswählen. Das ist leider ein bisschen umständlich hier. Der Endgegner von Mario Brothers 3 Mix war doch der Paper Mario 2 Gegner, oder? Ähm, ein Paper Mario 2 Gegner. Es ist tatsächlich das nie gespielt, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Änderungen daran her sind. Welcher Paper Mario 2 Gegner nochmal? Okay, die Kamex nervenhart. Ich finde es gut, dass Bowser seine eigenen Leute vermöbelt. Alles mit dem Vorwand. Ja, ja, die sind alle gehirngewaschen. Was die eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht sind. Oh Mann, das ist ein bisschen tricky, den hier zu erwischen. Ich will springen und dann das Feuer machen, genau. So, jetzt haben wir Feuerbrüder auch noch. So, und ich habe schon fast die Hälfte meines Lebens verloren hier. Ich meine, das ist jetzt auch kein Soros-Problem, weil ich habe ja auch eine Menge Heil-Items mir eingepackt für genau sowas. Aber dennoch, ne? Oh, Clubbers. Brauche ich nicht. Brauche ich immer noch nicht. Lass mich. Ich muss sagen, die Spiel hat wahrscheinlich die beste Paper Mario Storyline. Die intensivste. Aber das Gameplay schwächelt schon ein bisschen im Vergleich zu den anderen beiden. Soll ich jetzt so einen Clubber-Gegner sehe. Und Clubber ist hier so ein richtiger Paper Mario 1-Tuber-Blubbers-Schlossgegner zum Beispiel. Dann denke ich mir, ja man, da werde ich, der bekämpft. Aber es ist in diesem Spiel nicht so ganz das Gleiche, oder? Ich meine, klar, Pokis. Ich meine, der Ursprung ist ja aus Mario Brothers. Äh, Mario Brothers 2. Aber trotzdem, ich denke jetzt an diese Paper Mario Pokis. Und das ist auch anders irgendwie. Es ist eigentlich mehr so, man muss sie mit einem Hammer bekämpfen, weil... Ähm, ne? Sie haben spitze Stacheln und können diese Animationen, die die machen, wenn die angreifen, wo man genau auf A drücken muss, um ihren Angriff zu... äh, ihre zu blocken. Aber hier gibt's das alles gar nicht mehr. Es ist irgendwie so was völlig anderes. Übrigens komm ich der 900.000 Punkte immer näher. Und krieg dann ein Level-Up. Oh, diese Fußball-Dudes. Da ist er. Deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht heilen. Weil... Vielleicht gibt's Level-Up. Okay, wie komm ich denn... Da, so hin. So. Ich hab mir ja mal... Ich hab das nicht ganz zu Ende geguckt, aber ein 100% Speedrun von diesem Spiel ja mal anguckt. In letzter Zeit. Und zwar sehr interessant. Oh, nice. Jetzt hab ich volles Leben. Aber natürlich hat derjenige auch das hier gemacht, diese 100 Raum-Sachen. Und das hab ich geskippt, weil mir das beim Zugucken zu langweilig war. Und deswegen denk ich mir auch so, okay, muss ich das jetzt wirklich dreimal im Livestream machen? Ist das nicht einfach so langweilig? Ich mein, ich hab schon viel langweiliges im Stream gemacht. Ich mein, bei den Smash Brothers 100% Dingern, da war ja auch viel sinnloses Gegrinder einfach nur da drin. Wo einfach nix bei passiert ist. Und das ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber... Ja, man muss mal gucken, wie man's macht. Immer ein bisschen Situationen abwägen. So. Das war natürlich nicht nett. So, jetzt bin ich vergiftet. Aber, das ist ein Gegengift hier. Moment. Haltvergiftung. Das ist gut. Viele von den Gegner, die einen vergiften können, die liefern direkt einem noch so ein Gegengift mit. Ich muss hier gar keinen Giftschaden weiternehmen. Okay. Hallo, ich hab dich gehauen. Wo soll denn das? Der hat denn leider nicht gehabt, den Schlüssel. Zack, 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 zack. Es gibt ja auch coole Hintergründe. Ich mein, guck mal, da und da ist dieser Logard-Bot, oder wie der heißt. Der erste Entgegnet. Also, dieser Speedrun, den ich gesehen hab, der ging irgendwie zwölf Stunden oder sowas. Ich mein, ich hab locker drei Viertel davon nur vorgeskippt, weil einfach nicht viel zu sehen war. Weil, derjenige, der das gemacht hat, der verbringt natürlich erstmal sehr viel Zeit damit, diese Räume hier zu machen. Und das hab ich einfach übersprungen, weil es saulangweilig war. Und natürlich auch damit, äh, hier, diese ganzen Rezepte hier zu machen. Und das ist auch ein richtig blödes Gegrinder einfach nur. Dann irgendwelche Shops besuchen, irgendwelche Items kaufen, irgendwelche Sachen kochen. Und das irgendwie stundenlang einfach. Ich denk mir, boah, das kann doch nicht mal Spaß machen. Das hab ich mir dann auch nicht angeguckt. So, eigentlich nur so das Hauptstory-mäßige. Und das, find ich, ist auch das Blöde. Das Spiel hat sehr viel zu bieten, außerhalb von der Hauptstory. Aber es ist halt größtenteils langweilig zu spielen. Das ist halt das Blöde, so ein bisschen. Also, dieses 100-Raum-Challenge-Ding aus Paper Mario 2 ist einfach deutlich unterhaltsamer als das hier. Ich mein, es ist nicht schlecht. Ich kann keinen Scheiß darüber erzählen, aber... Aber ihr merkt es selber, ne? Das ist eigentlich so ein bisschen immer das gleiche, mehr oder weniger. Ich mein, dafür... Was soll denn das? Geht einmal das hier machen schneller als das bei Paper Mario 2. Da sitzt man gut. Wie lange hab ich das dafür gebraucht? Zweieinhalb Stunden oder so? Ich mein, hier sind wir jetzt in einer halben Stunde schon etwa bei der Hälfte. Also, würd ich mal sagen, eine Stunde zehn könnten wir hierfür brauchen. Schätze ich jetzt einfach mal so. Für einmal, aber dafür muss man das hier auch dreimal machen. Oh, Moment. Das sind Gegner, die auch in 3D funktionieren. Okay, wie komm ich da zurück? Ist das ein bisschen komplexer hinzukommen? Oh ja, Moment. Okay, ich wollte jetzt nicht... Ach, egal. Ich wollte auf der rechten Seite landen, nicht auf der linken Seite von den Gegnern. So, da bin ich. Boah, ich weiß noch, als ich das als Kind gespielt hab. Ich glaub, bei meinem dritten Durchlauf von dem 3, den man machen muss. Ich glaube, da war... Ne, der dritte, der zweite oder so. Einer von denen. Da bin ich einfach am Ende davon gestorben. Und dann war das alles umsonst. Das war mega traurig. Ist mir bei Paper Mario 2 auch passiert. Und hier ist mir das auch einmal passiert. im Spiel. Also hoffen wir mal, dass es heute nicht sich wiederholen wird. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich komm da gar nicht runter. Okay, ich... Ich probier's erst mal mit den anderen. Vielleicht haben wir hier einen Schlüssel. Okay, ihr seht ja. Und dann hab ich gar nicht darunter gemusst. Was bist du denn? Ach, das sind diese Alien-Gegner hier, ne? Oh. Cool. Hab's auszusehen bekommen. So. Okay, ich glaub, ich mach mich hier ganz gut. Also, itemmäßig bin ich auf jeden Fall sehr gut versorgt. Und dann gibt's das nächste Level-Up bei einer Million Punkten. Okay. Ähm... Ey, ihr könnt euch einfach verschwinden hier. Schön für diesen Typen hier aufpassen. Die können echt nerven. Ja, könnt ihr mal bitte herkommen? Da bist du. Komm. Guten Abend. Was geht? Ey. Coding Sim. Was... What's poppin' Gamer? Okay, das ist jetzt irgendwie doof. Ich komm hier gar nicht voran. Nein, nicht wieder weggehen. Mann. So, jetzt aber. Du Frechdachs. Kann man kaum fassen hier. So. Oh, die sind selber? Die sind aus wie Burger. Kommt ein bisschen random, aber hast du gehört, dass der 3DS E-Sharp ab 2020 nicht mehr verfügbar ist? Oh, wirklich? Wirklich? Ich meine, ja doch, irgendwie hab ich das schon, glaub ich, halb mitbekommen. Ich glaub, vom 3DS und Wii U auch, oder? War das nicht so? Ich mein, gut. Ich war jetzt eh kein Nutzer mehr davon. Ist okay. Trotzdem schade eigentlich, aber gut. Auch irgendwo zu erwarten, ne? Wii U auch, ja. Das find ich aber immer ein bisschen schwierig. Ich hab mir nie groß Spiele gekauft. Ähm, im E-Shop. Für Wii U und, ähm. 3DS auch nicht. Ich hab Spiele geschenkt bekommen, auf jeden Fall. Ich hab einmal Zelda Wind Waker bekommen, für die Wii U. Von Nintendo geschenkt. Und, äh, Mario 3D Land. Und, aber das heißt, man kann sich ja die Sachen dann theoretisch nicht nochmal neu runterladen. Auch Spiele, die man jetzt ganz normal gekauft hat, ne? Das ist dann, oder wie ist das bis dahin? Oh, die Gegner hier. Moment, die sind fies. Weiß nicht, ob man sich die Sachen dann nochmal neu runterladen kann. Ich glaub, es ist ja so, die stellen den Shop ein. Das heißt, man kann erstmal nichts Neues mehr kaufen, aber die alten Sachen immer noch runterladen. Aber auch das wird ja irgendwann nicht mehr sein. Und das war ja bei der Wii genauso. Bei der Wii U fand ich's verständlich, aber beim 3DS etwas traurig. Also, streng genommen ist der 3DS ja nochmal älter als der letzte Wii U. Und hätte ja eigentlich nochmal eine längere Lebensspanne gehabt. Surfer. Das ist der Pixel, auf dem wir hier die ganze Zeit unterwegs sind. Jetzt werden die Gegner hier aber ein bisschen crazy. Dafür müssen wir diesen Bowser-Sound-Effekt hier hören müssen, nicht mehr. Oh, du kannst durch die Wand Radiowellen machen. Das ist aber nicht nett. Weil die Wii U hat fast gar keine mehr, aber eigentlich ja noch ein paar Exklusiv-Titel. In dem Sinne, nicht exklusiv, exklusiv, aber die beste Version. Also, wenn ich an Zelda Wind Waker denke oder Zelda Twilight Princess, gibt es ja für die Wii U für beide Spiele jeweils eine HD-Version, die es halt nicht für die Nintendo Switch gibt. Plus diesen extra Tempel auch noch in Twilight Princess, ne? Den man irgendwie nur mit dem Amiibo kriegen kann. Also, entweder müssen die das dann auch mal alles auf die Switch bringen. Entweder so eine Zelda Super Collection oder sowas. Oder, ich weiß auch nicht. Aber, das war ja schon immer ein bisschen ein Problem mit Nintendo und Exklusiv-Spielen, die man nicht mehr kriegen kann. Oder Game Boy 1s Titel, ne? Ich glaube es ja auch für die, für beides, für 3DS und für, ähm, ja, für 3DS und für die Wii U, glaube ich, ne? Da konnte man teilweise normale DS-Spiele und Game Boy 1-Spiele kaufen. Das geht ja natürlich auf der Switch halt nicht. Das ist natürlich dann auch ein bisschen doof. Da geht ja auch das mit verloren. Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Zeit einfach mal gekommen, eine ultimative Nintendo-Konsole zu machen, wo einfach alles von vorne und hinten drauf ist. Ich meine, klar muss man sich das dann kaufen oder sowas. Oder halt so ein bisschen wie diesen Nintendo Switch Online Super Nintendo-Ding. Aber halt wirklich mit allen Nintendo-Sachen, ne? Zumindest alles First-Party-mäßiges. Ich weiß, dass man jetzt nicht Bibi und Tina DS oder so noch rausbringen kann für die Switch. Da sind ein bisschen zu viel. Das und tausende andere Titel. Zumindest die First-Party-Nintendo-Spiele. Wenigstens die. Du rasierst die Gegner ja gerade richtig weg. Ja, ich bin, also, ich bin ein starker Kerl. Bowser plus dieses Surfing-Plattform-Ding ist schon ein echter OP-Kombo auf jeden Fall. Um hier durchzukommen. Aber man muss das ja auch 100 Räume lang durchhalten. Was geht denn mit dem hier bitte? Weil, guck mal, ein bisschen kriege ich ja schon Schläge. Und dann? So, man muss es halt auf Dauer sehen. Wenn ich in jedem Raum so drei bis vier Schaden nehme, wenn ich etwa in zehn Räumen 40 Schaden, also 40 Leben los, vielleicht. Oh, Mann. Tag. Wow, wow, ist es wieder mal der allerletzte hier, der den Schlüssel hat. So, guck mal rein hier. Das sind jetzt in den Raum, wo sind wir, 67? 68? Jetzt überhaupt keiner. Was ist das? Das ist ein bisschen zieht sich ja sowas schon. Aua. Wow, das war fies. Gehen wir mal das Sache da oben auf dem Grund hier. Also, ich krieg schon ein bisschen Schläge, ne? Okay, Moment. Die machen fünf Schaden hier. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Jetzt brauche ich ein Item. Da, Langzeit-Mix. Neige wie beschrieben. Ja, lustig. Mit meiner Wii-Ferminierung habe ich da nicht viel Spielraum, aber gut. Oh, shit. Jetzt heile ich zum bisschen ein paar Kraftpunkte, aber es wird nicht viel sein. Aber die Typen hauen rein, ey. Die machen fünf Schaden. Die haben mich gerade mega verprügelt. Okay, wo ist die Türe? So, jetzt regeneriere ich zumindest ein bisschen hier. Ich habe leider das Wii-Ferminierung Neigen halt nicht gut machen können. Deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht sehr lange andauern hier, aber man nimmt halt, was man kriegt. Okay. Okay. Es wurde schon kurz sehr brenzlig auf einmal aus dem Nix. Weil ich in sehr wenig Zeit viel Schaden genommen habe. So, die nehmen mir keinen Feuerschaden, die lustigen. Ah ja, perfekt. So, das war schon. Mehr regeneriere ich ja gar nicht mehr. Vielen Dank. Das war sehr fair auf jeden Fall. Hallo. Wenn man hier einfach instant einfach fertig gemacht wird, wenn man den Raum gerade betritt. Okay. Schon mal gut. Die Tür ist oben. Aber dieser lustige Verkäufer da, der war irgendwie nur nach Raum 10 da, ne? Danach war der gar nicht mehr da. Oh, hier brauche ich auf jeden Fall Baus, ne? Da muss ich hin. Guck mal, es ist Merle im Hintergrund und ihr Haus. Oh, das sind scheiß Wäsche. Die machen irgendwie garantiert Schaden. Also, das konnte ich schon vorher sagen, dass ich diesen Raum nicht schaffen werde, ohne zumindest mindestens einmal hier Schläge zu bringen. Warte mal, jetzt lügt ihr aber hier. Moment. Ja, ich sollte ein Heil-Alterm einsetzen jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Okay. Ich glaube, ich sollte hier nicht geizen. Komm, ich mach's jetzt einfach. Ich setz jetzt ein Ultra-Kill-Smacks ein. Dafür haben wir sie extra mitgebracht. Falls echt irgendwann der Punkt kommt, da braucht man die auch. ich bin wirklich gar nicht mehr so überlegen, diesen Gegnern hier. Ach ja, dafür bin ich extra hergekommen, dann tu abhaus. Ach, Mann. Mann. Da ist er jetzt. Okay, jetzt kommen wir ja. Oh, Mann. So, her damit, ey. Das war ja wieder mal ein Scheißraum hier. Hier habe ich richtig fett Schaden genommen in diesem Raum. Oh, die Lächer. Okay, aber die lassen ich wenigstens sehr leicht kaputt hauen. Okay, vier Schaden sind natürlich auch alles anders nett, aber so ist das halt. Jetzt trotzdem alle besiegt. Auch wenn ich schon vorher den Schlüssel bekommen habe, aber sie standen mir einfach weg. Okay, da ist die ganze Radiowellenwande. Teilweise ist es auch echt schwer hier keinen Schaden zu nehmen. Ich meine, Bowser hat ja natürlich auch eine etwas größere Hitbox. Das ist so der einzige Nachteil vielleicht an meiner Bowser-Kombo. Aber man kriegt hier schon viel Schläge auf jeden Fall. Wie hast du keinen Schaden genommen? Jetzt aber hier. Komm, verarsch mich hier nicht. So, ich warte hier auf meine 1 Million Punkte und ich wieder ein Level abkriege und dann sogar 5 mehr Kraftpunkte. Bin ich auf 65 hoch. Also deswegen sollte man mit sowas wie diesen Challenge-Dingern hier schon eher bis Spielende warten. Ich kann jetzt auch irgendwann, ich weiß gar nicht nach welchem Kapitel vom Spiel man das schon machen kann hier, aber es ist schon ratsam ein bisschen damit zu warten, weil man braucht schon eigentlich diese extra Kraftpunkte dafür und halt ein paar Items, um hier auch durchzukommen. Also wenn ich jetzt nur mit 30 Kraftpunkten hier drin wäre als Beispiel, hätte es schon enger sein können. Dann wäre ich jetzt bestimmt schon meine Items alle los bis hierhin. Tag. Deutsche Richtung. So. Okay. Nächste Schatztruhe hier. Raum 80. Ich meine das Gute zumindest jeder zehnte Raum ist ja kein Raum wo wir kämpfen. Ich meine Raum 80 zum Beispiel genau wie Raum 70 60 und so weiter ist ja eigentlich immer nur einer wo es ein Item gibt. Wow hey hallo was war denn das eigentlich ist aber gar nicht nett. Ich tue schon alles hier und die dürfen mich trotzdem noch hauen. Warten nochmal hier brav so das Ende naht ist noch nicht da aber schon auf einem guten Weg Mist Gut Mann Gut Manchmal ist das mit den Knöpfen ein bisschen nicht wie den Knöpfen aber mit Bowser Steuerung ein bisschen blöd weil manchmal drückt man so eine Millisekunde auf den Untenknopf und dann macht er diese echt lange Feueranimation Manchmal will man sie dann doch nicht irgendwie und dann ist es zu spät manchmal ein bisschen doof aber ich meine überhaupt dass ich so einen Move habe ist eigentlich schon unschlagbar So Jetzt hoffe ich dass ich noch auf die leider auch ich komme jetzt ganz schnell auf die eine Million Ich wollte sagen dass ich auf die Millionen Punkte noch komme bevor ich hier zu viel Leben verliere aber doch das kriege ich dicke hin Das sind leider hier nervige Gegner weil die brauchen Bomben die brauchen zwei Stück bis sie tot sind Das dauert halt ein bisschen Das sind Dodongos Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Item Slot 2 Vielleicht können wir das hier mal geschlauen nutzen Hast du den Schlüssel? Nein Der andere da bestimmt Ich glaube wir brauchen echt nur einen Gegner und dann haben wir das Level Up endlich Das ist hier dran schon viel wert Oh nein nicht schon wieder Atomboost oder wie die heißen So Mal eben Level Up 5 mehr Gesamt-KP und voll aufgefüllt Vergiftet Okay Moment Äh Darauf ein Trockenpilz Darauf noch ein Trockenpilz Noch ein Trockenpilz Wo ist die Tür? Da Jetzt habe ich noch ein paar extra Atoms Ja die sind eigentlich gar nicht so nützlich Ähm Das nächste Level Up gibt es bei Okay 1,1 Millionen Moment Vielleicht kann man jetzt sowas nutzen hier wie Schäbchen So ich muss gedrückt halten Okay Na ja Haha Die Animation Ich hoffe es lohnt sich Äh Einer schläft Immerhin Aber ist jetzt auch nicht so Das Wow Moment Hallo Chippen Bitte kurz So Hab jetzt schon wieder voll viel Schaden genommen Das gibt es doch nicht Oh Hab ich gesagt Ich hab viel Schaden genommen Direkt noch mehr hinterher So Zeig mir mal eben schon 15 Kraftpunkte los hier So schnell geht das Okay Du bist echt gut drin mich zu verarschen So So Schon wieder viel Schaden genommen Schon wieder viel Schaden genommen Frechen Viecher hier Gibt es doch nicht Da direkt nochmal ein Item einsetzen Vollstoß Oh das wird nicht reichen Na nicht für die jedenfalls Das sind eigentlich die die ich hauptsächlich tot haben wollte Aber das meine ich Guck mal wie unverschämt Die fliegen über mich drüber um mich dann zu hauen Gut So Diese Musik Macht einen nach einer Stunde natürlich auch ein bisschen verrückt Aber Ja Wir haben schon Raum 88 erreicht Oh Voll mit Ninjas Wann waren die überhaupt mal im Spiel zu sehen? Oder sind die echt exklusiv hier drin? Ich glaube es gibt so ein paar Gegner die exklusiv nur hier zu finden sind Das gibt es ja auch noch in grün Okay Ist mir egal Ich hau ab Lass mich in Ruhe So Ein Raum noch Und dann die letzten 10 Oh Ihr könnt springen Cool Ich finde eine richtige Sprunganimation Also klar Die haben hier eine Sprunganimation noch aus den vorherigen Piper Mario Spielen einprogrammiert Boah sind das viele Jo Wieso so viele Gumbas hier Ich meine da habe ich echt Glück gehabt dass ich mit fast einem der ersten die noch den Schlüssel gefunden habe So So Letzte Belohnung hier So gesehen Zipi Karte Und kein Shop Händler Und jetzt die letzten 10 Ja doch Hier wird es richtig tough Mit diesen Gegnern Schön Ich wollte es gerade schade sagen Aber dann hat der doch den Schlüssel gedrockt Achso Schön Ui Schon wieder Ninjas Oh Feuer Ninja Oder was ist das hier Rote auf jeden Fall Ja Vielen Dank So Fast da Du bist es nicht Du nicht Keiner von euch Du dann Auch nicht So Die sind auch noch hier Na dann Na dann Na dann Na dann Der Glunt ist dran Okay Was ist das für ein Feuerballmann Der hört ja gar nicht mehr auf Ich wollte extra ausweichen Sehr gut Brauche ich gar nicht mit oben hin Wir haben es fast geschafft Liebe Freunde Wir sind fast am Ende angekommen Von dem ersten Von dem ersten der drei Malen Jedenfalls Deswegen meine ich Die letzten Sachen in diesem Spiel Die ziehen sich schon irgendwie Und deswegen Wollt ihr auch nur so und so weit spielen Und vor allem Das spoilert jetzt einfach mal Die ganzen Belohnungen am Ende Ähm Nicht für alles alles Ein paar Sachen seht ihr Aber für viele sind es nur halt Irgendwelche Bonuskarten Von irgendwelchen Charakteren Und da ich eh nicht vorher habe Diese ganzen Karten auf 100% zu kriegen Und da es halt auch Nicht wirklich einen Mehrwert hat Außer nur Dass man sagen kann Guck ich hab Deswegen ne Wofür das ganze dann Kann man das eigentlich Dann auch sein lassen Nein Geh einfach runter man So schwer ist das auch nicht So Das sind aber einfache Gegner hier Also der eine auf jeden Fall Warte mal Du bist der einzige Ein Gegner in diesem Raum Ist das der Ist das das große Gimmick dahinter Das Dass man einfach nur Dahin muss Okay Cooles Gimmick Das ist nur ein Gegner in dem Raum Aber warum nicht Umso weniger Schaden für mich Okay Rote Kettenhunde Natürlich ein bisschen fies Oh nice Der Drop Fleisch Fack mit der Stoppur Wie fies So die nehmen mir keinen Feuerschaden Deswegen Suche ich halt Auf die drauf zu springen Okay Wie komm ich zur Tür Da lang ne Hab trotzdem viel Schaden genommen Aber wir sind Nicht mehr weit entfernt Vom großen Ende Raum 99 So Das ist der vorletzte Raum hier Okay Perfekt Zack Und rein hier Brauche ich mich gar nicht mit allen hier rumschlagen So Wir sind am Ende angekommen Liebe Freunde Wüstenmusik Wer ist das Was Noch einer In weiß Oh ja Es gibt noch einen von der Art Die Ältesten haben mich in diesem Loch eingesperrt Ich bin Lorak Warum hast du meinen süßen Schlaf gestört Dafür wirst du bestraft Spüre meinen Zorn Okay Zumindest kann er normal sprechen Und nicht computermäßig Okay Es ist sowas wie Der Welt 1 Boss nochmal Aber wahrscheinlich Viel stärker Spannender Hintergrund auf jeden Fall Boah aber Versuch nicht auf diesem Boden zu standen Das macht einen richtig verrückt Wenn man Oder Mich macht das voll verrückt Wenn ich auf den Boden gucke Wenn ich mich hier bewege Irgendwas Hypnotisches So Wie geht das denn hier nochmal überhaupt Ich muss ja auf ihn drauf springen Ich weiß nicht mehr wie das geht Doch so ne Jetzt kommt er von der Seite da an Okay doch Ich glaube ich weiß wieder So Okay jetzt muss ich hier diese Gegner hier nehmen Aber ich kann doch auch mit Luigi springen bestimmt oder Klar beim ersten Fight hatten wir Luigi nicht Aber guck mal hier Es geht schon viel einfacher Statt die ganzen Gegner einzeln zu nehmen und zu werfen So jetzt nehme ich Peach Und versuche gleich zu gleiten Oh schade Schade Ich habe gehofft ich würde es hinbekommen Na gut Gut Weil irgendwie ist der Boss größtenteils nur warten Sind wir endlich durch Jetzt fast zumindest mit dem Teil hier Na wie gesagt Also ich kann jetzt wahrscheinlich schon sagen Wir werden nicht mal alles schaffen Was noch zu machen geht hier In diesem Stream Und dementsprechend Werde ich es dann auch dabei belassen Das höre ich nicht gerne Na gut Aber so ist das Da ist er Let's go Luigi Oh nein Okay ich versuche es nochmal Oh mein Peach Hier habe ich es eben gemacht Ich versuche es jetzt mal auf die linke Seite Ja diesmal geht es Oh nice Ich skipp die Phase hier Nice Boah Es ist noch nicht vorbei Die Ältesten haben noch ein ganz anderes Wesen Oder mehrere andere Wesen erschaffen Die Honorprüfung Floppschatz sind auch viel gefährlicher So Der ist nur noch Knochen Und die fliegen einfach ab So Boss besiegt So kann es gehen Oh nice Wir kriegen Einen neuen Pixel Und dieser Pixel Ist ein sehr guter sogar Wow Du hast diesen riesen Drachen besiegt Wirklich Das ist Wahnsinn Und du hast die anderen Neun neuen Träume geschafft Mein lieber Scholli Super Unglaublich Hier für dich Klatsch 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 Aber so toll das auch war Nimm dich vor dem Acht Was noch vor dir liegt Hör zu Und zwar gut Achte Das Leben Achten 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 Du musst es achten Umringt Du musst es unbedingt achten Meinst du nicht? Ich bin sicher Du stimmst ja vorwaltlos zu Alles klar Spitze Unser Treffen war Schicksal Daher gebe ich dir Meine Kraft Das flotte Pixel Flitzohr hat sich Deiner Gruppe angeschlossen Mit Flitzohr kannst du dich Mit hoher Geschwindigkeit Bewegen Sprinter und Flitze So kannst du den stärksten Attacken entgehen So habe ich schon Manche Schlacht überstatten Wie Jo Weglaufen hilft Vertrau auf meine Kraft Und du läufst weg In Richtung Frieden Was So Den Texte Händen sich auch sparen Nein Die Texte müssen immer sein Aber Das ist Flitzohr Und Flitzohr kann das Ich kann jetzt laufen Endlich habe ich Einen B-Knopf Zum Laufen Nach all der Zeit Ja das ist schon Ziemlich cool Das ist ein sehr guter Pixel Auf jeden Fall Der ist sehr nützlich Für diese ganze Overworld Und so Guck mal wie schnell Ich mich jetzt hier bewegen kann Ist das nicht toll? Naja wie schon Dieses Drachenmonster gesagt hat Es gibt noch die 100 Räume In Flop statt Und ja Das ist auf jeden Fall Auch noch Zu machen Ähm So jetzt gucken wir Nach den Landkarten Hier Moment Im Casino Warte Wo ist das Casino nochmal? Ich muss mich hier nochmal genauer umschauen Bin ich hier richtig? Ich glaube Ich glaube ja Also nicht fürs Casino Das Casino nicht aber Ja Nice Hey cool Das ist auch nicht schlecht Ähm Ja dann Weg mit dem Paublock oder? Was verkaufst du nochmal? Keine Schatzkarten auf jeden Fall Also Alles so random mäßig Aber ich denke mir Brauche ich eigentlich nicht So Jetzt muss ich nochmal das Casino suchen Oder war es im Hinter Nein Hintereingang von der Bar einfach Doch War es doch Oder? Klar war es das Das Casino ist doch gleich hier drin Ich habe vergessen Ich habe vergessen Dass das Casino nicht nochmal ein extra Gebäude ist Sondern ein Gebäude im Gebäude So gesehen Also Ich meine das ganze Ding ist ja das Casino Aber ich meine das hier Genau hier Oder das hier Okay Ich habe vergessen Wo? Auf der linken Seite Okay Da wo das Plus ist König Milit Karte So Die nächste Landkarte ist In Flopstadt Da Ähm Ja ich glaube ich kann auch Mich heraus teleportieren Oder? Moment So Ich brauche erstmal eine Weile Um das zu checken Ich mache mal ein Licht an Es wird ja dunkler und dunkler So So Was wir jetzt zum Beispiel auch machen können Sind diese Diese eine Welt Die damals untergegangen ist Ähm Und es ist Die hier glaube ich Welt 5 Nein Welt 6 war das Ne? Die hier Okay Das kann man halt auch machen Ich weiß nicht ob ich das hier Durchziehen werde Weil das Ist auch ein bisschen langweilig Eigentlich Aber wir gucken mal Ich mache mal den Anfang einfach Das ist halt dieses Kapitel hier Wir haben das hier schon mal angefangen Und dann ist halt da Die Welt untergegangen Und dann war da halt nichts mehr So Weil das sind auch 100 Gegner So gesehen Nur halt In einer anderen Form Ich kenne dich doch Du bist vorhin geflohen Wie ein räudiger Köter Das Loch am Himmel ist weg Doch die Herausforderung steht Wenn du den Schatz des Königs Musst du zuerst an mir vorbei Wenn du den Palast Vor dem 100. Kampf verlässt Musst du wieder von vorn beginnen Moment Ist das so? Ich dachte Ich dachte man kann Zwischenspeichern Alle 25 Räume Ist das nicht so? Ich weiß es nicht mehr Na ja Das ist halt das hier Ne? 100 mal So Ich glaube Bowser etwas schneller laufen Dann kann ich zwar Kein Luft mehr In der Feuer Feuer in der Luft machen Wollte ich sagen Entschuldigung Ihr wisst es aber ich meine Nur zu hin So Ich meine Vielleicht hätte ich mich vorher heilen sollen Aber Passt schon Ich weiß halt nicht Ob ich 100 davon Jetzt durchziehen werde Schauen wir mal Weil ich dachte echt Man kann zwischenspeichern Alle 25 Räume Aber das ist halt das Was es hier noch so gibt Nach dem Hauptspiel Okay So Darauf trinken wir erstmal Was Wir trinken heute Cola Iced Das ist ein super Getränk Meiner Meinung nach Es ist Iced Cola Geschmack Von Solevita Aus Lidl Und es ist ein seltenes Getränk Liebe Freunde Es ist ein Getränk Das haben die nicht immer Im Sortiment Das haben die sehr selten Im Sortiment Äh Zur Sommerzeit rum In sehr geringer Auflage Und äh Ja Das ist ein knappes Gut Auf jeden Fall Das ist kein Ding Was jederzeit im Äh Ding steht In den Regalen Also wenn ihr das findet Dann ist das schon Was besonderes Und dann könnt ihr euch Glücklich schätzen Und wenn ich das sehe Zufällig Wenn ich mal ein Lidl bin Dann kaufe ich mir Auch gleich Ein zwei Sixpacks davon Weil die sind Nicht so mal eben erhältlich Und das ist eigentlich Ein leckeres Getränk So ich glaube Was es heute so besonders macht Ist dass es halt Nicht immer erhältlich ist Und es ist halt Eistee mit Cola Geschmack Schmeckt ein bisschen Wie Capri-Sonne-Cola Ein bisschen vielleicht Aber jetzt auch nicht so ganz So ein bisschen was eigenes Auf jeden Fall Ja Ich weiß Das sind sehr spannende Kämpfe Eigentlich sind das ja nur Dialoge Und Raum zu Raum Laufen Heiku Ich glaube die ersten Von diesen Viechern Typen hier Die haben wir ja schon Alle bekämpften Dementsprechend die Dialoge Auch schon mal Aber es ist ein No-Brainer Man nimmt einfach Bowser Man macht einfach Feuer Und fertig Alles andere Macht überhaupt keinen Sinn Gumbaschuh 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 Na ja Ich meine 50.000 Punkte Wenn ich alle kaputt hab Immerhin Was gar nicht mal viel ist Um ehrlich zu sein Heiß Grillhelm Das ist unser Wohl Ach ja Du 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 Und auf Mario Na ja Aber wie gesagt Ich bin mir auch Überlegen Zu dieser Mario Rollenspiel Und Pokémon Debatte Ich meine Wir haben ja schon Viele coole Mario Rollenspiele gespielt Jetzt würden Spieler von 2 Warten wie Klar Mario Luigi Abenteuer Bowser Ist ein sehr gutes Spiel Aber dann würden auch Spieler von 2 Warten wie Paper Mario Sticker Star Und kein Mensch mag Paper Mario Sticker Star Ich hab's halt noch nie gespielt Aber Leute sagen halt Es ist ein scheiß Spiel Und ich weiß nicht Warum dann Paper Mario Sticker Star spielen Wenn ich halt Pokémon zocken kann Und Pokémon weiß Dass es gut ist halt Das ist es halt Irgendwie Was so ein Zwiespalt Irgendwie in mir auslöst Aber Marathons Sind halt dafür da Dass man sie Durchzieht Und nicht mitten drin Abbrecht Und Marathons Sind auch dafür bekannt Dass die mitten drin Auch mal anstrengend werden Und man Durchhalten muss Sind das die Hundertkämpfe im Flopstadt Nein das sind die Hundertkämpfe In diesem Samurai Ding Die Hundertkämpfe Im Flopstadt Sind mal was anderes Und die Hundertkämpfe Im Flopstadt Das muss man auch Zweimal machen Weil das Spoiler ich jetzt einfach mal Man macht das einmal durch Und dann sagt das Spiel Haha du musst es aber Nochmal machen Also sind das halt Die zweihundertkämpfe Im Flopstadt Wenn man es genau nennt Wir haben Hundertkämpfe Im Flipstadt Jetzt gemacht Das sind jetzt die Hundertkämpfe Samurai Kapitel Ich weiß nicht mehr genau Wie das hier heißt Und dann gibt es halt Die zweihundertkämpfe Im Flopstadt Also ihr merkt Es ist schon eine Sache Die sich zieht Und deswegen habe ich Jetzt einfach mal gesagt Wir spielen jetzt einfach mal Heute so weit wie wir kommen Und danach sagen wir einfach Okay das hat Spaß gemacht Nächstes Spiel beim nächsten Mal Das Spiel wird um mindestens 100 Streams dauern Glaube ich gar nicht mal Ich glaube wir könnten es theoretisch Mit allem drum und dran schaffen In zwei Streams Aber ich glaube nicht mal Dass ich dem Spiel das Geben möchte noch Wobei man sagen muss Es wäre ja immer noch Kürzere Spielzeit als Paper Mario 2 Ich glaube da haben wir Sieben Streams drangesessen Und das ist jetzt unser Fünfter Stream von diesem Spiel Und wir sind Eigentlich Fast durch Thank you Gute Entscheidung Ja also wie gesagt Ich habe das halt Auch selber so ein bisschen Gemerkt als ich mir Dieses 100% Speedrun geguckt habe Von diesem Spiel Weil Da habe ich schon gemerkt Da ist mir beim Zugucken Schon langweilig geworden Von dem hier zum Beispiel Als Beispiel Und da dachte ich mir Okay wenn mir schon Beim Zugucken langweilig ist Dann wird mein Mein Zuschauer Und wenn die es in meinem Stream Seht bestimmt auch Nicht sehr unterhaltsam sein Ich meine klar Wir haben schon viele Langweilige Sachen gemacht Allein wenn ich an die Smash Brothers Stream zurückdenke Da ist viel sinnloses Gegrinder einfach nur drin Aber irgendwie Gerade wenn man auch mal Vorankommen möchte Ist das halt ein bisschen Schwer Da hat einen coolen Dialog Übrigens Ich denke ich spreche für alle Wir wollen Mario und Luigi sehen Und nicht dieses Game Ich weiß nicht Es ist ja ein cooles Spiel Das hier Nur die Sache ist Das war halt das Was spannend an dem Spiel Das schon durchgespielt haben Im letzten Stream Und klar Mario und Luigi Abteil Bowser Ich habe selber nur Einmal durchgespielt Damals Und natürlich das Original Ding Nicht das 3DS Remake Können spannend sein Also spannender Als das auf jeden Fall Das ist jetzt natürlich Ich weiß gar nicht Was Wer hat das Spiel gemacht Intelligence Systems Oder Ich weiß gar nicht Was sie sich dabei gedacht haben Die haben das wirklich Sehr trocken gestaltet Also nicht das Hauptspiel Das Hauptspiel ist okay Auf jeden Fall Wie gesagt Sehr starke Story Ähm Aber dieses Postgame Das ist schon so Sehr Irgendwie Wo man sich denkt Okay wo kommt der Twist Wo kommt das Was Das interessant macht Aber es kommt einfach gar nicht Es passiert einfach nur das hier Und hundertmal Das ist das halt Und ich mache das schon Sehr schnell hier Indem ich hier Mit Bowser hier alles durchrushe Damit sind wir wahrscheinlich Nochmal doppelt so schnell Als würde ich das Jetzt mit Mario machen Und versuchen auf die Köpfe Von den Gegnern zu springen Dieses Postgame Ist pure Zeitverschwendung Ja es ist schon Ne Es ist halt das Was es halt ist Es hat ein paar lustige Dialoge Auf jeden Fall Die man mitlesen kann Ich lese die jetzt nicht alle vor Aber wie gesagt Ich mache mir Gedanken Werden wir im nächsten Stream Also ich stelle mich selber schon Eine Frage Werden wir im nächsten Stream Mario und Luigi spielen Oder werden wir Pokémon spielen Ich weiß es nicht Wir haben noch so viele Spiele Vor uns eigentlich Mario und Luigi Mario und Luigi Dream Team Brothers auch Mario und Luigi Paper Jam Paper Mario Sticker Star Paper Mario Color Splash Weil ich mir extra gekauft habe Nebenbei Nur für die Streams Paper Mario Origami King Mario und Rabbids Mario und Rabbids 2 Was jetzt noch Was kommt das eigentlich raus Mario und Rabbids 2 Hier diese Extra Spiele In Mario und Luigi Hier Bowser's Schergen Bowser Juniors Reise Die ganzen Spiele Die würden halt noch Alle auf uns warten In diesem Marathon Aber irgendwas sagt er mir Ich weiß nicht Irgendwas sagt er mir Hör auf mit diesem Marathon Und spiel Pokémon stattdessen Ich weiß auch nicht Ist halt blöd Weil ich habe halt angekündigt Ich spiele das Hier Alles Die ganzen Spiele Auch die ich jetzt gerade genannt habe Und Es hat halt gewonnen In der Abstimmung Und ich weiß nicht Irgendwie würde ich mich Selber dann gegen die Abstimmung Ich meine was Wie viel Wert hatte dann Diese Abstimmung im Endeffekt Wenn ich dann sage Nö Okay Ihr habt zum größten Teil Einfach für das hier Gewotet Ich spiele aber trotzdem Was völlig anderes Ich meine vielleicht Können wir nochmal drüber reden Oder sowas Ich weiß nicht Ich glaube nicht Ich glaube nicht Da ich jetzt noch ein YouTube Video drüber machen würde Vielleicht Ich weiß nicht Könnt ihr mir mal schreiben Oder sowas Bis ihr davon denkt Vielleicht auch im Discord Oder sowas Wenn ich jetzt auf Pokémon Wechseln würde Ich weiß Pokémon hat auch viele Fans Und ich habe die Pokémon Spiele Schon sehr gut geplant Auf jeden Fall Wie ich die spielen würde Prügelschrimp Das ist ein cooler Name Auf der anderen Seite Muss man auch sagen Die bringen mehr Pokémon Spiele raus Als dass ich die spielen kann Gefühlt Ist halt wirklich so Dass er echt jedes Jahr neu ist Auf dem Tisch Und von den Spin-Offs Woher kann ich jetzt anfangen Aber die würde ich auch Gar nicht spielen Das würde einfach zu viel werden Ja alle Pokémon Hauptspiele Pokémon Mystery Dungeon Pokémon Ranger Pokémon Pick Trust Nein Pokémon Puzzle League Oder sowas Ich weiß es nicht Es gibt hunderte Spiele Von Pokémon Und wie gesagt Ich kann auch nicht sehr Ich weiß nicht Ich streame eher unregelmäßig Besonders in letzter Zeit Es ist einfach Schwieriger geworden Gute Zeit zu finden Und ich denke Selbst wenn ich Jetzt in nächster Zeit Streamen werde Ich glaube ich Werde ich die Uhrzeiten Ein bisschen anpassen müssen Ich glaube ich werde die Uhrzeiten Nach hinten schieben müssen Ein bisschen Ist jetzt halt alles nur Überlegungen Mal gucken wie und was Aber ich würde Ich denke so Für die Zukunft Muss ich halt die Stream-Anfänge Vielleicht eine Stunde Nach hinten ziehen Und vielleicht Ab sieben anfangen Aber nicht mehr ab sechs Einfach weil es sonst Teilweise zu knapp wird So wenn ich von der Arbeit Nach Hause komme So ich brauche eine ganze Weile Dann noch Essen Und sowas Mich vorbereiten So das braucht seine Zeit Dann ist sechs Manchmal schon sehr knapp Manchmal sogar schon zu spät Deswegen 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 belege ich Okay Spielen und sowas Und Streams Vielleicht auf sieben Uhr legen Das Postcam Kotzt mich an Okay Jetzt ist Runde 25 Guck mal Runde 25 Müsste eigentlich Ich muss hier ein bisschen Aufpassen Warte mal Runde Nach Runde 25 Müsste eigentlich Ähm Sterbe ich hier? Irgendwie schon Irgendwie Macht der Kerl mich hier platt Wow Der war heftig Plötzlich Der war richtig stark Der hat mich zerstört So Was ich sagen wollte Was ich sagen wollte Ist dass nach Raum 25 Endlich das Level Enden müsste Mit dem ersten Checkpoint So gesehen Da ist es auch Guck mal So Und jetzt die Frage Kann ich hier raus Und dann bei 8-2 Weitermachen Oder muss man da immer Weiter Durchziehen Weil hier geht es einfach Ganz strikt weiter Deswegen Ich probiere das jetzt aus Weil ganz am Anfang Wurde irgendwie gesagt Man muss die Am Stück Alle durchmachen Aber ich denke mir Warte mal Ich kann doch hier raus Oh Es geht wirklich Zu Kapitel 6-1 Und nicht zu 6-2 Man muss es wirklich Am Stück durchziehen Tja okay Ich glaube Ihr habt verstanden Worum es geht Mit dem System Ähm Ich meine Klar könnte ich Jetzt das Spiel Nochmal neu starten Weil ich habe Ja gespeichert Zwischendurch Aber Ah Ihr wisst schon Ich glaube Ihr habt die Grundidee dahinter Verstanden Und wir gehen jetzt Fröhlich Äh Schatztruhen sammeln Hier Wo gibt es denn hier noch was Das ist in der Wüste Level 1 4 Doch Wir gehen jetzt einfach Auf Schatzjagd Komm Schatzjagd Macht mehr Spaß Wir sind ins falsche Level gegangen 1 4 sind wir Ich hätte in 1 3 reingemusst Ich glaube in 1 4 habe ich die Sachen Schon gesammelt Ja hier war ich bereits Ich bin Ein bisschen zu weit Ich esse mal ein Fleisch Weil mir geht dieses Soundeffekt voll auf den Sack Dass ich zu wenig KP habe Können wir das ein bisschen Machen stattdessen Und dann machen wir nicht Ich meine ich habe jetzt 25 von den Gegnern gemacht Das ist einfach nur zum zeigen Guck So funktioniert das System Das war jetzt ein Viertel davon Drei Viertel würden noch kommen Aber Schenken wir uns das mal Und machen zumindest irgendwas Wo man zumindest ein bisschen Abwechslung sieht dabei Und wir einfach Schatztruhen finden Oder nicht Schatztruhen Aber Schätze finden So denn in diesem Level Gibt es zwei Auf diesem spitzen Stein Und auf dieser Statue Und ich weiß jetzt nicht mal Ganz genau Wie man da hinkommt Aber Finden wir schon raus Tempo Blume Perfekt Ja Okay Ich weiß jetzt gar nicht Wo dieser große spitze Stein Halt wartet Das wird der hier sein Oder Ich mag Marius Rutschanimation Die sieht ja richtig cool aus Ähm So und das coole ist Wir haben jetzt diesen einen Pixel Womit man so ganz schnell Laufen kann Was ist hier los Warum macht er keine Animation Ist das Doch das ist das Oh Gold Schatz 300 Münzenwert Nice Das ist cool Okay ich muss hier mal vorbei So jetzt die Yoshi Statue War das der glaube ich Oder Ich muss jetzt nochmal gucken Ob die das war Okay Yoshi Sieht glaube ich anders aus Aber das war die hier Und dadurch dass wir halt Rennen konnten Kommen wir vielleicht auch mal Ein bisschen schneller Durch die Level selbst Ist das nicht das? Ne Das war der andere Mit den zwei Säulen drumherum Äh Okay gut Das ist natürlich jetzt Ein bisschen schade Aber so ist das So Komm Wie schnell ich hier Wieder weiterkomme Das ist richtig cool Ich weiß noch nicht mehr ganz genau Wohin Ist das mal gut Hier oder Vielleicht Warte mal Kommt hier nicht der Boss von dem Level Dann Nee noch nicht Uff das ist ja ganz schön Komplex aufgebaut Wenn man schon gar nicht mehr weiß Wo man hin muss hier Hier gibt es so viele Türen Aber ich hab's geschafft Hier muss sichern Low Cost Karte Na perfekt Wir haben's geschafft Wir können hier raus Ähm Unsere nächste Karte Befindet sich Achso Das ist immer noch Flopstadt Das ist Level 2 1 wahrscheinlich Und so weiter Das ist Merlis Haus Das ist Merlis Haus von innen Das ist Merlis Gefangenenlager Ja Dann Gehen wir doch mal direkt hier Weg Und wir treten Leid 2 So Das heißt Müssen wir eh Geld Sparen für Neue Schatzkarten Die wir kaufen können Dann Das heißt man muss hier schon Ganz gut Geld verdienen So ich glaube hier müssen wir Nur bis zum Levelende durch Weil Das was ich brauche Ist im Hintergrund Vom Haus Und das Haus Hintergrund war ja Am Ende Von diesem Level hier Das heißt ich Rush hier einfach durch So schnell ich kann Oh ja warum nicht Wie geht es hier nochmal weiter Da rein Da hoch Ich weiß es schon Das ist gar nicht mehr Das ist schon so lange her Da ich das hier gespielt habe Ich glaube hier war ein Superstern Oder Na ja Kostet ein bisschen seine Zeit Aber von mir aus komm Es macht ja immer Spaß Das einzusetzen So Wir wollen ja natürlich Viel Geld verdienen Für viel Geld verdienen Müsst endlich viele Gegner töten Aber das mag ich alles gar nicht Ich habe ja Ich weiß nicht Beim ersten oder zweiten Stream Ja Ur Irrtümlich Manche gedacht Ich könnte ja genug Geld Anzahlen Im Casino Um mir da Upgrades zu kaufen Oh das hätte ich vielleicht Nicht tun sollen Das ist mal ein Slowmo hier Ich meine gleich Triple Punktzahl Deswegen habe ich da auch viel Geld liegen lassen Wow Das war ein Versehen gerade Ich habe ja gerade ausgesehen Einen coolen Trick gemacht War es schon mal in einem Casino Jetzt im Rain Life Oder was Äh Hier muss ich das machen Sternwind Okay Cool So das war es Für dieses Level Im echten Leben Ich war noch nie in so einem Richtigen Casino Casino Nein das war ich noch nie Ich war nur in Spiellos Und Spiello ist lahm Da hast du einfach nur Diese Automaten Von Merkur Casino Irgendwie So heißen die ja Da hast du einfach Zehn von den Dingern stehen Und das war es dann Mehr passiert dann gar nicht So und Weiß nicht Die sind echt nicht spaßig Super Funkkarte Cool Ich will mal Ich will schon mal gerne in einen Casino gehen So ein richtiges Ihr wisst schon So Blackjack Tische Poker Das ist noch so typisch Roulette Wurdest du richtig süchtig Also ich kann sagen Was ich mal gemacht habe Ich bin einmal Ich war mehrmals Nicht sehr oft Aber ein paar mal Äh In Spiello Mit Ivo Und hab einfach nur zugesehen Wie der Einfach Geld Ausgegeben hat Und irgendwie hat er auch Oft was gewonnen Und eigentlich Wenn man so nimmt Plus minus Null Euro gemacht Was eigentlich schon Ein ziemliches Achievement ist Wenn man An Slots spielt Dass man am Ende Sogar noch irgendwie schafft Möglichst keinen Verlust zu machen So das Level ist hier Eigentlich schon durch Ich bin glaube ich Nur ein einziges Mal Alleine gegangen In meinem Leben Ich bin einmal Alleine gegangen Und es war weil ich Irgendwie lange Auf dem Bus warten musste Und da Am Bahnhof war einfach direkt Äh Halt So ein Dings Ne So eine Spiello Und dann Hab ich einfach die Zeit Vertrieben Bin da rein Hab 2 Euro In Automaten geschmissen Dann ein paar Dinger Durchlaufen lassen Die 2 Euro waren dann weg Und ich dachte mir so Von den 2 Euro Wird ich mir jetzt auch Ein Burger bei Meckes holen können Und dann bin ich rausgegangen Und das war das einzige Mal Dass ich aktiv Irgendwie Glücksspiel gemacht Hab geführt Ähm Ja Also nein Süchtig geworden bin ich nicht Nein alles gut Ich hab Mein Glücksspiel unter Kontrolle Ich bin auch gar nicht Anfällig für Glücksspiel Das muss ich auch sagen Reizt mich jetzt Gar nicht so Ich glaub das einzige Glücksspiel Glücksspiel In dem Sinne Was mich doch irgendwie packt Aber das spiel ich halt auch So gut wie nie Sind diese Automaten Wie nennt man die Diese Automaten Die so Die das Geld Immer nach vorne schieben Wie heißen die Ich weiß nicht Wie die heißen Wo ist dieser Der da Da hab ich Vor allem Das Jahr hab ich Als Kind gespielt Mal Abgesehen von Dass man es erst Ab 18 dürfte Auf irgendwelchen Rummelplätzen Da hat man diese Automaten Man muss halt Man kriegt halt Man kauft Münzen Und die Münzen Muss man halt in diesen Automaten schmeißen Und der schiebt halt Das Geld immer Weiter nach vorne Aber ich weiß nicht mehr Wie die heißen Hm Moment Ich versuch das mal Zu suchen jetzt Ich weiß gar nicht mal Was ich dafür eingeben muss Äh Münz Automat Kirmes Okay das Leon Machère Was Nein Okay aber das sieht doch Noch etwas aus hier Ja Oh das sind diese Dinger Guck mal Guck mal hin Guck mal zu Die Dinger hier Meine ich Da Jackpot auf der Kirmes Das sind diese Dinger Man schmeißt halt Geld rein Und dadurch schiebt sich das hier weiter Und man will diese Chips hier sammeln Weil diese Chips sind halt Punkte Und mit den Punkten kann man sich halt So tolle Sachen kaufen Wie ein Plüschtier oder so ein Scheiß Und das fand ich als Kind immer so Krass einfach Boah Okay was das damit ist Keine Ahnung Das ist so ein Bonus Ding Ich verstehe das nicht Das Core Gameplay ist eigentlich so Schmeiß eine Münze rein Natürlich auch mit guten Timing Der schiebt die immer weiter nach vorne Und dann fallen hier vorne mehr Münzen Und diese Chips halt runter Genau ihr kennt die ja Und boah Jetzt geht Hab ich die Dinger geliebt Ich hab immer da Mein Geld verzockt So viel Geld hatte ich ja gar nicht Aber Hab ich Taschengeld da reingeschmissen Das hat doch echt Spaß gemacht haben die immer gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein Magnet war oder ob das schlaue Gewichte von oben immer waren, dass sie echt schwer hier immer runtergefallen sind, die Dinger. Aber halt immer, wenn was reingeworfen und dann so ein paar Münzen gedroppt sind. So, man hat irgendwie selber nur noch drei Stück, schmeißt seine letzten drei da rein und dann droppen hier nochmal zehn. Unglaubliches Gefühl. Dann waren wir so richtig, ja man, weiter, weiter, weiter geht's. Es war toll. Ähm, na genau. So. Spielen wir mal weiter hier. Das war so das einzige Glücksspiel, was mich gepackt hat. Früher. So, ich glaube, unser nächstes Ding ist schon hier, oder? Ist das die Treppe? Was ist die Treppe? Kriegen wir noch einen Goldbaden? Ähm. Der Sternbild muss leider gehen. Was haben wir denn hier noch? Ähm, Items? Nein, Quatsch. Landkarten. Auf dem Klo? Oh, das ist ja ewig weit weg. Das ist ja richtig am Ende des Levels. Okay. Dann machen wir das mal. Laufen wir mal bis zum Levelende hier. Wie auch immer der Weg dorthin geht. Das weiß ich noch. Dieses Level hat hier echt hunderte Türen. Und ich weiß echt nicht auswendig, wie es hier vorne geht. Wo bin ich denn hier? Marco, kennst du das? The first old school level design contest. Das ist genau das gleiche wie vor die 10 und mehr Vanilla als das. Dort gibt es auch Punkte und so bessere Levels. Punkte? Was für Punkte? Old school level design contest. Das kenne ich nicht. Warte, war ich hier schon? Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass es viele verschiedene Contests gibt. Es gibt Choknilla Contests. Es gibt Kaise Contests. Es gibt das, was du gesagt hast natürlich. Vanilla Level Design Contests. Es gibt sehr viele Contests. Irgendwie bewege ich mich hier im Kreis. Das ist nicht gut. Ah, okay. Guck mal, hier geht es weiter. Moment. So. Aber ich kann ja natürlich nicht alle spielen. Das wäre einfach ein bisschen zu viel. Ich will bestimmt noch da. Jetzt will ich nach da. Fragezeichen. Wieso ist hier die Wand eingerissen? Moment. War ich hier noch nie? Ist das ein cooler Geimgang, den ich hier auch zum ersten Mal finde? Interessant, ein Pilz-Max. Ich finde es nicht, dass ich das jetzt irgendwie auch noch hier finde. War ich hier schon? Oh nein. Ich capture dich jetzt erstmal, du Drecksviech. Keine Ahnung, ob ich den schon habe oder nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Aber der eine Pixel kann doch hier so Sachen kurieren. Okay, meine Slowness ist jetzt weg. Okay, ich war glaube ich hier noch nicht. Punkte meine ich Platzierung erster und so. Oldschool-Contest ist aber wie Vanilla-Contest. Nur mehr Vanilla. Ich glaube, das würde dir Spaß machen. Die anderen Contests ist komplett was anderes. Letztes Kaiso und so. Wo laufe ich hier gerade lang? Es ist ja gerade voll der Albtraum. Nein, nicht hier. Okay, muss ich mal in Ausschau halten. Aber ich glaube, ich spiele echt ungern noch mehr Contests-Spiele irgendwie. Wisst ihr ja, die Vanilla-Contests sind schon irgendwie so die größte Art der Dinge. Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Ja, doch. Ich hätte die ganze Zeit hier reingemassen. Ich glaube, von allen Contests ist Vanilla-Level-Design-Contest, glaube ich, so das berühmteste, so. Wo jeder irgendwie am meisten mit anfangen kann. Bitte lass mich nicht schon wieder zurück sein! Was ist das denn hier? Ich will auch nur wissen, wo es ja vorangeht. Da hoch vielleicht? Luki? Wow. Okay, ich habe es echt mal irgendwie hochgeschafft. Das war echt nervig. Atomgo, das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich bin hier sehr richtig. Okay, wir haben es. Äh, welches Bad muss ich? Das ist das Damen-Klo-Spiegel? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich sehe ja keinen Pissoir, deswegen denke ich mal Damen-Klo. Cool. Als ob es das gewesen ist. Als ob man dafür einen Trockenpilz bekommen hat. Mann, war das freudig. Voll DC fahre ich nicht mehr so. Ist nur Kaizo und Trockenpilz voll, deswegen. Kein Wunder, dass die das eingefügt haben, dass man alle Level skippen kann. Ja, also, wenn ihr das teilweise guckt, ne, bei mir. Ähm, ja. Da waren schon ein paar komische Level dabei. Wo man jetzt echt denkt, Alter, wieso scheißen die immer so rein? Deswegen cool zu wissen, dass es noch einen Contest gibt, der es vielleicht ein bisschen netter macht. Also, wo, weiß ich nicht, weniger solcher Level drin sind. Ich meine, ein bisschen gehört das auch irgendwie dazu, so Troll-Level in ein... Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, einen Contest ohne, dass es das dazu gibt. Aber... Ich weiß schon, irgendwie... Trotzdem. Muss ja nicht immer so... sein. So, wir verkaufen jetzt mal ein bisschen was hier. Wie? Die sind... Etwa 300 Münzen wert. Das ist aber ein bisschen... hochgerundet. So viel sind die gar nicht wert. Okay, na, das reicht erstmal. Ich finde, die Elfte, die du spielst, ist jetzt die schlechteste von einigen, die du spielst hast. Findest du das nicht auch so? Nö. Findest du echt? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich finde, die sind... Eigentlich tun sich alle nicht mehr oder weniger. Ich finde, jedes von denen hat sehr gute und sehr schlechte Level irgendwie. So, jetzt gehen wir in Kapitel 3 rein. Deswegen, schwer zu sagen eigentlich. Ich jetzt finde, ob das Gesamtding das schlechteste ist. Ich weiß es nicht. Würde ich nicht sagen. Vielleicht hat mich zu Level Design Contest 7 oder 8 ein eher nostalgischeres Gefühl, dass ich das ein bisschen mehr sympathisiere. Aber die Sache ist ja auch, dass ich die ja auch kaum, bis auch gar nicht mehr gespielt habe, außerhalb von den Livestreams. Äh, von den Let's Play, wie das meine ich natürlich. Blau. Ähm, ein bisschen in den Untergrund. Wo gehst du mal in den Untergrund? Hier. So. So. das kennen wir ja ganz gut. Das war es hier. Ultra Pills Next. Perfekt. So, jetzt habe ich noch eine Landkarte und das ist im nächsten Level. Vielleicht sollte ich mal anfangen, neue Karten zu kaufen. Weil, ne? Ich kann ja mal... Machen wir das mal. Ich habe ja extra viel Geld gerade angesammelt. So, Pixel. Den Mr. Schnell hier. Ist der beste Pixel im Spiel, würde ich sagen. Man kriegt den halt echt erst nach diesem Raum der 100 Räume. Ich sage immer Raum, aber es sind 100 Räume. Wo war nochmal die... Da, genau. Suche ich. Gab es eigentlich diesen Contest, dieser Horror Hotel Level? Nein, oder? Äh... Ich meine, eigentlich sollte ich ja nicht spoilern, weil... Es ist ja noch nicht beendet. Moment, ich sollte gar nicht hochgehen. Ich sollte hier unten bleiben. Okay, vergess das. Ich verschwende jetzt gerade ein bisschen Zeit. Aber vielleicht... sage ich einfach mal nein. Ich glaube, da war nicht so etwas dabei. Diesmal. Marco Fels ist auch glücklich, wenn Mario und Luigi beginnt. Okay. Ne, hier muss ich hin. Genau hier. Moment. Moment. Da, der Busch. Noch eine Karte? Oh, Klockkarte. Ähm... Okay, jetzt... muss ich... weiter runter. Marco, liest du den Chat immer noch über das Handy? Ja, ich habe halt nur einen Monitor hier. Und das ist die einzige Methode, die ich habe. Das war von Giant Shiger. Ich glaube, der nimmt mir auch nicht mehr teil. Achso, ich weiß... Ich habe mir nicht gemerkt, wer diese Level gemacht hat immer. Aber die waren schon creepy irgendwie, ne? Also die hatten schon was Seltsames. Deswegen, klar, dann gibt es halt keine Hotel-Level mehr. Aber dann ist das auch okay so. Bin ich hier richtig? Hier ist auf jeden Fall Flop-Stadt. Wie komme ich in Flop-Stadt, denkst du überhaupt rein? Ich weiß das noch gar nicht mal. Also diese 100-Raum-Challenge von Flop-Stadt. Einmal musstest du sogar Emulator wechseln. Wo? Wann? Für was? Achso, hier geht es rein. Ach ja, bei Vanilla Contest 9 oder so war das, ne? Ich weiß es nicht. Oder war es 8? Ich weiß es nicht mehr genau. Stimmt, ich erinnere mich. Das war völlig verrückt. Aber das sind halt Sachen, die... ...halt leider manchmal vorkommen. Oh, die muss ich jetzt alle kaufen. Ist so ganz schön teuer. So, kaufen wir mal fleißig alles hier auf. Saut ein bisschen. So, jetzt ist schon fast wieder Pleite. Ich weiß gar nicht, wann er mir alle Karten anbietet. Vielleicht bietet er mir immer mehr an, wenn ich anderen gelöst habe oder so. Ich glaube, 32. waren ja nicht alle. Ich glaube, es gibt ja 50 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. So, jetzt eine kann ich mir noch leisten. Aber irgendwie muss ich das ja auch rentieren. Ich gebe ja fast 1000 Dollar dafür aus. Da muss ich natürlich auch ein bisschen Geld wieder reinkriegen. 48 existieren. So, dann gibt es das in dem Unterwasser-Level. Unterwasser-Level. Baum-Level. Francis Schloss. Konrad, meine ich. Und das ist dann Kapitel 4. Das ist natürlich echt spaßig, in Kapitel 4 die Dinger zu suchen. Naja. Okay, gehen wir. Und verdienen uns ein bisschen was. Bid-Lands. Das ist das Kapitel hier. So, wo genau war das jetzt? Okay, das muss ich mir irgendwie merken. Ich muss da mal ein bisschen genau drauf achten. Am besten nehme ich hier Bowser. Du hast es auch geschwert, dass er eigentlich auch abgestürzt ist. Änderst du dich noch daran? Ich weiß halt nicht mehr, ob es der 8. oder 9. Level-Design-Contest war, wo das passiert ist. 10 existierte ja nicht. Das ist gar nicht gut gebrochen. Obwohl es immer auf Game-Over-Fenster teleportiert, obwohl man nicht Game-Over gehen kann. Und deswegen ist es voll verbuggt gewesen. Es lag aber am Emulator, nicht am Heck. Ja, viele Sachen lagen am Emulator. Das ist immer das Problem. Also ich hatte auch definitiv nicht den perfekten Emulator. Und ich glaube, der perfekte Emulator existiert auch gar nicht. Da habe ich auf Z-S-N-E-S aber so eine spezielle Anfertigung von gespielt. Z-S-N-E-S-Fusoya hieß der, wenn der das war. War ich hier? Warte mal. Ich bin gerade verwirrt, wo ich das hier suchen muss, weil ich brauche. Es war beides. Ja. Und jetzt mittlerweile, jetzt, was ich jetzt auf YouTube spiele, spiele ich auf dem Base-Nest-Emulator. Und der funktioniert ein wenig anders auf jeden Fall. Der Emulator war perfekt, aber leider alt. Ja, an sich. Ich würde ihn sehr gerne benutzen. Ich glaube, hier muss ich hin. Schaust du dir Videos und Streams eigentlich immer in HD an? Äh, ja. Wieso auch nicht? Okay. Eigentlich schon, doch. So. Oh, guck mal. Es ist ein Bot im Chat, der mir anbietet, dass ich Follower kaufen kann. Das ist sehr nett. Sehr nett, dass ich jetzt wegen dir hier rauszappen muss, um den zu blocken. Ey, was ist das denn? Auf dem Handy? Ja, kann ich vielleicht auch blocken, aber... Warte mal, ich hab... Ach, ich hab mein Dings gar nicht an auf dem PC, mein Chat. Moment. Lass mal die Website besuchen. Du kannst gerne draufgehen. Aber dann gehen alle Viren auch auf dich, die du davon kriegst. Warte mal, ich muss jetzt mal in meinen eigenen Chat. Michael Angelock Sara. Was? Gut, mein Freund, du wirst jetzt leider gebannt. Ähm, du bist ja nicht mal eine echte Person, also... Also... Blockieren. Yes. Und ciao. Weg ist er. Ich schaue immer nur auf 360p, weil das Internet so schlecht ist. Oh. Da tut mir jetzt für dein Dorf... Oh, Internet leid. Was ich meine, wenn ich jetzt... Auf dem Handy gucken würde und jetzt kein WLAN hätte, dann würde ich auch vielleicht überlegen... Muss das jetzt in Full HD sein, aber... So an sich. HD ist immer auch ein Highlight für mich. Das ist noch eine der alten Schule, Mann. Ich bin hier, glaube ich, vollkommen falsch. Das waren geile Zeiten, aber jetzt mit Save Null State, obwohl du dich immer aufgeregt hast, wenn dein... Wegen deiner geklemmten Save State-Taste. Es hatte schon einen gewissen Charme, irgendwie dieses Save Null-Ding. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass ihr auch gar nicht mehr sehen könnt bei dem neuen Emulator, den ich benutze, wann ich ein Save State mache. Gut, wann ich ihn lade, das seht ihr... Sieht man ja, weil er geladen wird. Aber das sieht man da nicht mehr. Es hatte schon einen gewissen Charme. Und das hat der Emulator halt leider nicht, ne? Beziehungsweise, womit ich jetzt öfter mal Probleme habe mit dem neuen Emulator, ist... Das, wie soll ich sagen, ich mache ein Save State, aber dann kann ich nicht mehr rewinden bis vor den gemachten Save State irgendwie. Das heißt, wenn ich einen schlechten Save State auszusehen setze, wo ich irgendwie ein Save State genau da mache, wo ich gerade am sterben bin, dann kann das oft schon mal dazu führen, und das ist in manchen Teilen auch vorgekommen in diesen Videos, ähm, dass ich dann ein Save State so gemacht habe, dass dann das völlig verloren ist und ich nicht mehr weiterkomme. Oh, nice. Erhöht Angriff um eins. Na dann, immer her damit. So, wir können ja schon ins nächste Level rüber. In den Baum. Save State kann man nicht... Save State kann man nicht mehr rückgängig machen mit Revinds, ich weiß. Ja, aber das ging auf dem alten Emulator, den ich benutze habe, sehr wohl. Da ging das. Das konnte er ja. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt, natürlich. Man konnte ja nicht ewig weit rewinden. Und das ist halt so ein bisschen die Kacke, wo ich manchmal mich dann aufgehangen habe. Hier, dieses eine Video, das weiß ich auch noch, da, wo dieses eine Scheiß-Level, wo dieser Boden die ganze Zeit so ging und man durch diesen Boden gefallen ist. Das war auch so ein Level, da habe ich auch irgendwie so ein Save State so gesetzt, zack, da ich dann nicht mehr weiterkam und das hat mich mega aufgeregt. Als Beispiel. Aber das ist halt das Blöde und ich würde sagen, der perfekte Emulator existiert nicht. Weil da wiederum gibt es alte Mario World Tags, ältere, die funktionieren auch wiederum eigentlich besser mit älteren Emulatoren. Das ist völlig verrückt. Oh nein. Ja, wir fallen den ganzen Baum nochmal runter. Okay. Das ist schwierig. Oh, cool. Noch ein Level ab. Oh, wo muss ich überhaupt hin? Ich glaube, schwere Hacks, die du damals gespielt hast, kannst du nicht mal mit diesem Emulatoren spielen. Nein. Okay, das geht ja noch. Puh, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Ich meine, in erster Linie möchte ich natürlich auch nicht super harte Hacks spielen. Einfach irgendwas, was chillig und spaßig ist. Mann. Oder es gibt so eine extra Funktion oder so, die man aktivieren muss. Ich kümmere mich da nicht aus. Aber wie gesagt, ich glaube, der perfekte Emulator existiert einfach gar nicht. Oh, komm schon. Was? Nein. Oh, Mann. Luigi steuert sich wie Arsch. So. So, nochmal. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Emulator hier nehmen. Wir spielen ja gerade auf dem Dolphin-Emulator, einem Gameplay-Emulator. Da gibt es keine Konkurrenz. Das ist ein No-Brain. Es gibt den Dolphin-Emulator. Den nimmt man dafür. Bei Super Nintendo und auch bei Nintendo 64, da gibt es viele verschiedene, die alle irgendwie ihre Vor- und Nachteile haben. Wo ist jetzt nochmal meine Landkarte-Dings? Oh, ich hoffe, das kommt am Ende. Wo im Baum ist das? Bin ich schon dran vorbei? Fun Fact. In der 8. fandest du das beste Level von Lazy und im 9. den Schlechtessen von Lazy. Ist das wahr? Das wusste ich gar nicht mal. Ich kenne Lazy auch nur durch dieses Forum irgendwie, weil er oder sie, ich weiß es gar nicht. Ich denke mal eher er. Ähm, ich glaube Mod ist irgendwie auf der Webseite und halt auch oft immer herabbelastend über andere geredet hat. Das glaube ich, habe ich auch oft angesprochen in dem Video selbst. Also ein bisschen so von oben herab. Mir hätte ein bisschen der Umgangston nicht gefallen. Natürlich nicht zu mir. Ich hatte nichts mit ihm zu tun, aber bei anderen Leuten so. Das fand ich nicht so schön. Bin ich jetzt überhaupt hier richtig so weit? Mensch. Geht's hier weiter? Ja. Ah, das ist jetzt das Blöde, ne? Ich komme ja gar nicht da hin. Wie ging's denn jetzt nochmal da hin? Da rein vielleicht? Das wäre ja zu schön. Für Sega gibt's ein Emulat für alle Sega-Konsolen. Ja, aber da hatte ich damals ein bisschen Schwierigkeiten mit Sega-CD-Spielen. Die habe ich irgendwie nicht zum Laufen bekommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da weiterkomme. Um echt zu an, ja. Ist schon so lange her, dass ich es vergessen habe. So, ich drücke jetzt den. Und gehe zurück. Ich gehe jetzt hier rein. Bin ich hier richtig? Ah, perfekt. So, und das ist halt die Sache mit den Superintenden-Emulatoren. Ja, so, manche schwören auf SNES 9X. Manche sagen, äh, B-SNES. Dann gibt's noch natürlich den ZSNES, der irgendwie nicht mehr geupdatet wird, aber auch irgendwie, ähm, inoffiziell dann doch. Das ist völlig verrückt. Und es gibt noch mehr Emulatoren. So, warte mal, ich suche eins, wo ein Stein ist. Das müsste hier sein. Ich vergesse das immer. Genau auf dem Stein, okay. Nice. Okay, unsere nächste Karte befindet sich im Schloss von Konrad. Hast du eigentlich den Control noch, wo die Safe-Side-Taste klemmt? Das wäre auch dein Running-Gag. Äh, ich hab den noch. Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, an sich hab ich alle aufbewahrt, aber die meisten funktionieren einfach gar nicht mehr. Weil die einfach über die Zeit den Geist aufgegeben haben. Safe-Side-Taste klemmt. Das ist echt traurig. Ich hatte mehrere, die Probleme hatten. Der eine, der letzte, den ich jetzt benutzt hab, bevor ich den jetzt hab, den ich hier hab, ist eigentlich mal das gleiche Modell. Weil die halt gut sind, aber die halten halt nicht ewig. Aber den letzten, den ich hatte, der hatte halt so einen Wackelkontakt. Erstmal, der Linksknopf hat nicht gut funktioniert. Muss richtig festdrücken, dass er nach links geht. Und? Irgendwann hat der einen Wackelkontakt. Dann muss ich den genau so irgendwie halten. Wenn ich ihn so halte, funktioniert der denn nicht? Nur so? Das haben wir noch bei Mario RPG noch so. Als ich das gespielt hab im Stream. Hatte ich das noch irgendwie das Problem damit? So, gehen wir mal zurück in diesem lustigen Schloss. Okay, ihr seid böse. Das hab ich ein bisschen vergessen. Bin ich ja richtig. Naja, irgendwann versteigere ich diese Kaputnen-Controller einfach. Fürs Marco Rocks Museum. Der Wild ruckelt ein bisschen. Ich wundere, ich glaub, das liegt an den Emulator selber. Aber, alles gut. So, hier sind wir doch richtig, oder? Hier. Und? Der andere Raum. Und das nächste ist doch schon im Weltall. Der��úr. Also, ich bin ja. Der Weg nach. Also, ich bin nicht aufized. Dann, persuade mich noch mal mehr an den Nutzer. Von anything zu Öffern. Den Ort aus. Dann, Eins fuhr zu Hause. Der Weg nach unten. Und das ist doch auch immer하겠습니다. äh, muss hin, da so schenke mir selbst diese Schatzruhen Spaßsachen, werde ich nicht alle, alle heute machen so, wie gesagt, ich spiele einfach heute so weit wie man kommt und dann können wir sagen, ja, es war ein nettes Spiel jetzt müsste ich halt noch einen ganzen Stream noch hinterher dran hängen aber ich glaube die Botschaft vom Spiel, die war jetzt einfach schon klar genug, sondern hat es jetzt verstanden und 100 Räume mit Gegnern und sowas kann nur so und so oft lustig sein hier da Konradkarte, cool so, und jetzt geht es ins Weltall ich glaube, da wird es ein bisschen anspruchsvoller diese Dinger zu finden, weil da im Weltall irgendwie auch alles so ein bisschen gleich aussieht jetzt muss ich aber gucken, welches Weltall levelet ich nehme an, es ist Level 1 hier ne, es ist schon Level 2, glaube ich das ist auch Level 2 Level 3 Level 4 und auch Level 4, okay können wir jetzt das 1 der Level überspringen also 1 ist an der Toilette selbst zahlt du schon wieder Clips tot, nein, hab nur geschlafen danke, dass ihr die Welt gerettet habt Clips ist die Bürde endlich los ja, ja, ja okay cool, dass du uns hinterherläufst wenn wir im Weltall sind ähm direkt auf dem Klo selbst das ist ironisch, das ist weil den äh, hier Pixel ne der, dass die aufflippt den haben wir ja genau hier kennengelernt so und jetzt muss ich in irgendeine Häuser rein von diesen Typen aber ich weiß nicht mehr welches davon vielleicht hier schon ich guck mal ja, hier endet das Level hier ist es nicht okay, das ist ein bisschen schwierig aber es geht schon ich such einfach mich hier rum ich mein, dafür sind die Dinger ja da die sind ja eigentlich, dass man hier suchen soll wenn ich schon alles auswendig weiß aber ich hab halt einfach nur mal wieder keine Geduld okay im Fall kommen hier Häuser irgendwo hier ist eins oder ist das ist das ein Haus ja, aber es ist nicht das ich glaub wir müssen das von dem alten da ne ich guck nochmal kurz aber den mit dem Bart irgendwie diesen alien genau ich glaub das war ganz am Ende oder so von der Map das war ein bisschen tricky da hochzukommen wie ging das denn nochmal nein, so geht das nicht na gut ich hab das nicht verstanden da war doch so ein Weg, oder? ja genau, so geht das ich kann nix sehen oh, das wollte ich nicht so, hier ist so ne Stelle wo ich wieder mit dem 8 Bit Mario Riesen Mario alles abräumen kann aber jetzt hab ich's einfach mal nicht gemacht so durchlaufen geht schon schnell auf jeden Fall so, mal gucken nächster Raum ich glaub wir sind nicht mehr weit da ferns Tachchen ok, ich hoffe und glaube wir haben's perfekt das ist doch der Raum, oder? er hat ne andere Farbe auf der Karte aber ich hoffe das ist trotzdem das Richtige oh, Gott sei Dank, ey ich hab halt wirklich gedacht nee, das ist es halt nicht weil der eine andere Farbe hat aber das spielt ja von der Karte so, und das nächste ist an dieser keine Ahnung 7-11 im Weltall und das ist ein Level 3 so dann gucken wir mal was wir das auch schnell gemacht haben wirklich viel Geld verdient haben wir jetzt hier aber noch nicht ne so, ich weiß, dass dieser 7-11 Weg auch ein bisschen tricky zu finden war das ist der gleiche Dialog wie eben so, was cool ist mit diesem Pixel den wir hier haben sind wir selbst hier schneller unterwegs schon sehr cool hier geht's weiter so, da ging's zum Ende glaube ich und wir müssten Schnauze hier suchen es ist echt ein abgespaceder Soundeffekt jetzt muss ich halt hier irgendwo suchen weil das ist hier eine große Zone hier aber ich weiß nicht mehr genau wo das war hey, wir haben's cool es ging ja sehr schnell ähm perfekt hier da ich kann mir nicht merken wo genau ich flippen muss achso, auf der Mülltonne auf der Space-Mülltonne so, wir sammeln ja coole Karten und sowas aber wirklich viel Geld zurück gibt's damit halt nicht so jetzt geht's in die Weltraumstation da muss ich jetzt mal genau gucken eins war ganz am Level-Ende auf jeden Fall und eins war irgendwo mittendrin hier war die Musik auch echt crazy eine eine Tür oben okay werde ich mal versuchen auch schon zu halten Musik ist schon ziemlich cool in diesem Level Funky Bob Bibububub Remix dieser Clubs ist jetzt gar nicht mit uns in diesem Level oh man das ist mal kompliziert weil mir die Steuerung sich ja gleich noch mitändert ne ich guck mal hier erstmal achso das war jetzt nicht so nett ja das hört sich ein bisschen anstrengend so ja ich glaub ne das ist es hier noch nicht wenn du wieder Lust auf Hex hast dann schau dir unbedingt the first old school level design contest an glaub mir du wirst es lieben okay ich werde es mir merken das mal vielleicht googeln gleich weil ich glaube nicht mal dass ich so richtig was davon gehört hab von dessen Existenz ich hoffe ich hab jetzt nicht den Chill übersprungen wo ich hin musste auch das ist wieder mal so ein richtig verwirrendes level ich glaube ich bin am levelende oder ja bin ich ist nicht schlimm wir müssen ja eh hier auch einen hochscannen aber wir müssen auch gleich wieder zurück Mann ist das traurig Marco hat mit Hex angefangen das war es noch in der Schule ähm als ich mein erstes Video gemacht hab und das war ein Mario Attack das war kurz ich kann mich nicht mehr genau erinnern ich glaube kurz vor oder kurz nachdem ich mit der 10. Klasse fertig war aber gewissermaßen hab ich ja dann auch weiter Schule gemacht also ja ich war auf jeden Fall noch in der Schule ähm aber es war auf jeden Fall so Ende Realschulzeit ich glaub so die irgendwie so die letzten Tage so vorm Ende oder kurz nach dem Ende ich weiß es nicht mal ganz genau oh nice KP Plus sehen wir gerne so wir müssen jetzt aber wieder zurück weil ich suche immer noch eine Sache ich glaub in diesem Robben hier haben wir gegen Mr. L gekämpft so dann gehen wir mal zurück oder wie geht's denn hier zurück oder wir gehen mal hier rein hier war ich ja noch nicht oh nice boah ist das verwirrend aber wir haben es gleich aber ich bin wieder zurück oder was Moment ah hier gibt's nur diese Schatzkiste okay na gut okay dann gehen wir wieder mal okay die Mucke man so komm jetzt will ich auch mal ein paar Resultate sehen ähm es gab so eine Tür wo ich vorbeigelaufen bin da bin ich nicht reingegangen ich weiß nicht welche das war das war jetzt unfair ich bin raus und die Gegner bin ich einfach in Cent getroffen ich kann mich nicht mehr ändern ob ich von hier kam oder ob ich hier noch nicht gewesen bin gibt's ein gibt's es ein Video eigentlich wo du einen Strike kassiert hast wegen SMB der Grund kann nur Musik sein ähm warte mal war ich hier nicht schon ich habe früher mal einen Strike ich hab zweimal einen Strike bekommen auf YouTube aber die sind auch beide irgendwie abgeklungen also alles gut das erste war ähm das erste war weil ich TV Total Content hochgeladen hab Ach hier ist das okay ja gut seht ihr wär ich mal direkt hier hochgegangen ich hab ein TV Total Nippel Clip genommen und ein Sparta Remix draus gemacht und dann hab ich direkt erstmal einen Strike bekommen von Brainpool und ja daraufhin hab ich einige meiner Videos gelöscht die ich dann später reuploaded also neu hochgeladen hab leider ähm also nicht dass leider ich die neu hochgeladen hab leider dass ich die in erster Linie gelöscht hab hast du schlag den Star vorgestern guck mal ein gar keine Ahnung was da abging so weil ich in meinen frühen Videos ach ich hab gar keine Dinger mehr hier ich glaub wie Schatzkarten Spaß können wir ja gar nicht mehr groß weitermachen weil uns das Geld ein bisschen fehlt ich mein wir können mal gucken was wir alles verkaufen können ähm naja aber genau auf meinen ersten Mario World Hack Videos hab ich halt ein TV Total Nipple Board benutzt wo ich einfach nur Audio Clips da hatte wo ich drauf gedrückt hab und dann kamen dann kamen da irgendwie diese 2010 Clips irgendwie aber auch nur das Audio davon aber ich hatte halt echt Schiss okay Brainpool hat mir schon einen Strike gemacht zwei weitere Strikes und dieser Kanal ist weg und zwar für immer deswegen hab ich viele von den Videos gelöscht um mein 50 Abonnenten Special und ich weiß nicht ob mein 50 mein 100 und mein 150 Abonnenten Special glaub ich hab ich auch gelöscht weil ich diese TV Total Schlag den nee Entschuldigung Rab in Gefahr Hintergrundmusik da laufen hatte und ähm ja da hatte ich natürlich Schiss oh was ist wenn ich da einen Strike bekomme dafür also hab ich deswegen viele Videos gelöscht das war ein Strike halt also wegen einem Strike und deswegen hab ich dann viele von den Videos später mal neu hochgeladen weil irgendwann dachte ich mir nach Jahren ach scheiß da passiert nichts mehr und da ist auch nichts mehr passiert aber da wegen der einen Sache hatte ich echt Schiss bekommen da war ich mega vorsichtig danach ich versuch jetzt meine ganzen Goldbacken zu verkaufen ja und ein zweites Mal hab ich einen Strike bekommen das war ist gar nicht mal ganz so lange her mehr ich weiß nicht mehr wann das war vor drei Jahren oder so ähm wegen einem uralten Video was ich auf meinem Kanal hatte ich wurde ja mal gehackt also das heißt ich hatte mal ein Video hochgeladen wo ich meine YouTube da wo man Videos hochlädt gezeigt hab und das Layout von 2012 oder so und es gibt einen bestimmten Code und unter diesem Code kann jeder auf diesen Kanal Videos hochladen den kann man natürlich auch ändern das hab ich auch schnell gemacht aber irgendjemand hat Videos auf dem Kanal hochgeladen darüber er konnte sonst auf dem Kanal nichts machen aber er konnte Videos hochladen und derjenige hat halt richtige 5 Pixel Videos hochgeladen wo halt drauf stand du wurdest gehackt mit seinem Handy irgendwie und da stand die Titel von den Videos waren irgendwie dieser Dienst wird ihnen zur Verfügung gestellt von Chimo Mobile oder sowas so ähm verkaufen und dann hab ich halt ein lustiges Video gemacht daraufhin wo ich so ah ich wurde entführt ihr kennt das ja viele von euch kennen das Chimo hat mich entführt so jahrelang nichts passiert aber dann aus dem Nix wurde eins von diesen Videos was ich ja nebenbei nicht mal selber hochgeladen habe offiziell aber ich hab es halt auf dem Kanal gelassen wurde dann gestriked ich hab einen Strik bekommen dafür wegen Spam und ich war so was Moment das Video ist seit 8 Jahren oder so auf diesem Channel jetzt fällt euch ein das ist Spam das muss gelöscht werden ich kriege einen Strike dafür und du hast sogar noch einen Imposter diese Rundschüler stimmt den hatte ich auch noch aber da hab ich seinen Kanal kaputt gemacht das tut mir ein bisschen leid aber das sollte ich machen ich hab es nicht gerne gemacht da hab ich seinen Kanal zerstört ja ähm genau dann ist das passiert aber ich glaube das hab ich dann glaube ich reported ich weiß nicht ob ich es war und der Strike wurde dann zurückgenommen oder sowas ich weiß nicht mehr so einen Strike hab ich auf jeden Fall nicht mehr mein Kanal ist soweit in Sicherheit aber es ist schon sehr gruselig wenn man so einen richtigen Strike bekommt wo ich gesagt würde ey noch zwei davon und dein Kanal ist weg für immer und ewig da gibt es auch kein Wiederherstellen nix und alle tausende Videos die du auf deinem Kanal sind damit auch weg also das wäre echt ein Albtraum für mich wenn das passieren würde das wäre nicht schön so ich kann mir nicht viele Karten leisten leider ich muss mal gucken eine kostet einfach 10 Dollar auf einmal ja also das waren so meine Strike Sachen sonst hab ich viele Copyright Claims bekommen und das ist vermutlich das was du meinst bei deiner Frage eben das sind diese ähm wo man halt diese Sachen bekommt per Mail so das ist Content von jemand anderes die Musik ähm das ist dann aber kein Strike wo dein Kanal gelöscht wird sondern da wird die Monetarisierung ähm aufgelöst beziehungsweise dann die ganzen Erlöse davon kriegt er nicht ich sondern derjenige der es geclaimt hat ähm oft ist das natürlich Nintendo oder jemand anderes berechtigt ist manchmal sind das irgendwelche komplett zufälligen Firmen die überhaupt nix überhaupt damit zu tun haben und einfach von selber ich weiß nicht durch den YouTube Algorithmus oder sowas die Sachen einfach striken lassen so also nicht striken ist ja das falsche Wort jetzt aber claim lassen dass die einfach Anspruch darauf erheben können und das kann man auch nicht entfernen und wenn man dann diese Unternehmen googelt dann bin ich auch nicht der Einzige da gibt es mehrere die da Probleme damit haben mit denen ähm so ich wollte jetzt eigentlich mal gucken ob ich noch mehr Items verkaufen kann ich gehe jetzt erstmal ins Kapitel und hoffe dass ich Geld verdiene hier vielleicht noch ein Goldbarren gedroppt wird oder sowas ja und ähm das kam schon sehr oft vor sehr sehr oft kommt auch heute noch ab und an vor was man so ein Unternehmen gründen ja ich meine die verdienen einfach Geld damit also auf jeden Fall das war zum Beispiel unter anderem manchmal bei Mushroom King Infusion wenn Dire Dire Dogs läuft also das Wasser Lied aus Mario 64 dann kriegt irgendeine wildfremde Firma die Ansprüche daran nicht Nintendo irgendjemand anderes und das ärgert mich sowas da denke ich mir Alter das ist gerade ein Scam der hier läuft und es ist einfach den Leuten scheißegal von YouTube weil ich bin ja auch nicht der Einzelfall bei dem das passiert das heißt irgendjemand hat sich einfach einen Anspruch auf dieses Lied genommen und verdient jedes Mal Geld daran ich meine klar in meinem Video gut dann kannst du dir 5 Cent behalten aber ne bei anderen ist das schon bestimmt eine höhere Summe äh wo ist das denn vielleicht am Ende dieses Levels hier ich muss mal gucken so eine Steinerhebung hoch geht das sind Firmen in Anführungszeichen aus Südamerika meistens irgendwie schon ja doch das war oft so Latinamerika der Unternehmen das stimmt irgendwie irgendwie schon schaffe ich das äh Moment ich muss die Anlauf nehmen ui okay eigentlich würde ich spiele dass ich mit Pitcher rüberfliege aber jetzt wo ich Marius super laufen hab komm ich auch so rüber jetzt ein Mammut zu töten dauert glaube ich eine Ewigkeit ach da endet das Level ne da geht's weiter ich muss mal gucken ich muss mal gucken weil ich überhaupt keine Ahnung mehr hab wo es hier diese Steinerhebung kommt ob sie überhaupt noch in diesem Level oder schon im nächsten Level ist ist es das ist es das hier oder doch ich glaub ich bin ja richtig aber sowas kommt halt immer mal wieder vor und es gab halt echt ein paar Jahre auch da hat Nintendo so gut wie alles gekopyrighted was deren Inhalt war und das war nicht nur über Audio sondern auch über Videomaterial ähm das waren eigentlich fast alle First Party Nintendo Spiele alle News from Mario Brothers Sachen und sowas die haben alles geklamt alles ausnahmslos manchmal hatte man Glück und ein Video von 50 oder so haben sie halt nicht durch den Algorithmus entdeckt aber sonst hatten die echt alles geklamt das war echt eine blöde Zeit irgendwie ich meine gut Kohle verdient hab ich so oder so so gut wie nix tue ich ja heute nicht aber ist ja schon ärgerlich auf jeden Fall aber das haben die dann auch rückgängig gemacht irgendwann nach ein paar Jahren haben die das äh zurückgezogen und ich glaub gut 80% ihrer Claims auch wieder rückgängig gemacht nicht alle aber ein Großteil so das ist am Vulkan und das ist im Vulkan Geh weg wo ist nochmal der Vulkan war der eigentlich ganz weit links oder so also hier oben hab ich ja den Hammer Pixel bekommen wo Vulkan wo Vulkan vielleicht doch auf der rechten Seite ist das Ding da hinten da hinten der Vulkan ne oder ne oder lass mich nochmal auf der Landkarte aber es ist links dargestellt achso das ist es doch Moment wie hab ich das eben übersehen okay ein richtiges Billow Item so und das andere ist im Vulkan ich glaube ich komme so dahin oder Feuer dann können wir hier gehen weil wir haben keine weiteren Schatzkarten mehr wir müssen mal gucken dass wir irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen ich wünsche ich hätte echt nicht so viel Geld in dieses Casino reingesteckt das wird mir gut viel verschwendet ich glaube ich verkaufe einfach meinen ganzen Kram ich verkaufe sogar diese Ultra Pils Mix ich weiß gar nicht mehr ob ich überhaupt noch heute in diese anderen Flop statt Dinger reingehe im Endeffekt ich glaube es nähert sich so langsam für mich dem Ende zu dem Spiel so halbwegs ich mache halt soweit wir jetzt noch finanziell hier kommen ich habe gar keine Lust hier irgendwas zu grinden ich verkaufe diese Ultra Pils Mix mega schade eigentlich weil sie sind sehr wertvoll aber ich verkaufe die jetzt das habe ich noch so im Lager das kann ich mir auch mal rausholen abholen einen Goldbarren habe ich ja hier noch dieses Goldblatt ja und den Rest komm nehmen verkaufe ich jetzt auch einfach mal das ist eh das letzte Mal das Verspiel heute spielen Lagernein verkaufen so Wattenmesch mal einfach mal wie viel ist das Goldblatt wert 45 naja geht ich bin ein bisschen wertvoller erhofft und den Goldbarren hätte ich auch irgendwie wertvoll erhofft nur 90 Dollar ist ein bisschen so jetzt sind wir auf jeden Fall finanziell gut aufgerüstert erstmal so so äh nochmal runter also eigentlich kann man im Endeffekt noch ganz viele Spielstunden hier reinstecken wenn man noch alle Rezepte haben will und vor allem diese ganzen Sammelkarten hier auch noch haben will ich habe 63 gerade mal von 256 also klar wenn man Lust hat kann man da noch sehr viel Zeit und Geld reinstecken also in-game Geld natürlich ist ja zu Glück ein Spiel von 2007 wenn es ein modernes Spiel wäre wahrscheinlich echtes Geld aber ihr wisst schon so viele Karten hat der pff das ist noch ordentlich welche ich glaube selbst ich kann mir trotzdem nicht mal alle leisten davon ich habe schon so gut wie alles was ich habe verkauft und eigentlich wollte ich noch 999 Münzen sammeln weil man kann zu Konrad gehen und etwas kaufen für 999 Münzen das wollte ich eigentlich auch machen aber das würde zwar nicht kommen weil ich das Geld einfach dafür nicht habe der hat halt ja mal gucken ich kann es euch einfach sagen der hat halt einen Roboter gebaut einen Tipi Roboter und ich glaube ich habe schon die Karte von dem deswegen kann ich ihn euch sogar zeigen wer hat denn so einen Tipi Roboter gebaut und wir können ihn für 999 Münzen abkaufen und das Ding ist wie Tipi es verhält sich wie Tipi wir können dann theoretisch wieder unsere Wiimote auf die ne auf den Sensor steuern und dann irgendwie den Cursor und hier Sachen wieder anklicken was wir jetzt nicht mehr können weil die echte Tipi ja verschwunden ist mit Graf Knickwitz und das so ein bisschen das als Ersatz haben muss man natürlich nicht ich meine gar nichts von dem was wir machen muss man überhaupt noch machen so gesehen puh ich glaube ich kann es mir gerade so nicht leisten alles jetzt kostet 190 Dollar die habe ich nicht so würden mir noch vier Stück fehlen dann das ist jetzt in der Cave 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 Ende von der Cave und das ist schon in der Hölle 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 Level 2 Hölle Level 2 Himmel Himmel Ende vom Himmel glaube ich boah jetzt muss ich aber sagen wir mal gucken wo in der Höhle die immer jeweils sind es gibt ja zwei Höllen drei nee zwei Höllen das Ende vom zweiten Level hat auch noch einen Höllenraum aber ich glaube nicht dass es das ist ich hoffe einfach mal es wäre ein bisschen fies deswegen so also wir gucken da wo es äh Edelsteine gibt im Hintergrund so große Edelsteine nicht so wie die hier aber ich weiß jetzt nicht ganz genau wo das ist deswegen laufe ich mal gucke mal und so weiter war in diesem Level die äh Lore ich glaube schon ich glaube ich mache mal eine kurze Toilettenpause und ich nutze das einfach mal indem ich mit dem Wagen hier fahre okay ich genieße die Fahrt mit dem Wagen hier du w 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 Vielen Dank. Ja, alles klar, alles klar. Alles senkrecht. Wie die Musik einfach aufhört. Wie Mario da totliegt. Achso, bin ich ja nicht. Ah, warte mal, ich muss mal gucken, ob das nicht eins der Dinge ist, die ich hier machen muss. Ah, hier ist eh nix, oder? Hier ist einfach nichts. Toll. Wie von. Okay, dann müssen wir gleich wieder zurückfahren. Wow. Ich hoffe, wenigstens war das hier richtig. Nö, war es nicht mal. Ich bin ja völlig verkehrt. Okay, ich laufe hier jetzt zurück. Warte mal. Kann ich nicht so gehen? Naja, das wird nicht funktionieren. Okay, einen Augenblick. Ich muss jetzt nochmal zurück. Ich glaube, man ist halt zu Fuß echt schneller. Dadurch, dass man den schnellen hier hat. Und dann fahren wir einfach noch einmal. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. So. So. Müssen wir jetzt wieder ein bisschen warten. Ich könnte direkt noch eine Club-Pause machen, aber zu oft muss man ja auch nicht gehen. so. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Es wurde ja heute ein neues MacBook veröffentlicht. Wirklich. Was kann das denn überhaupt? Das könnte richtig sein, ja? Mann, sei doch mal bitte doch richtig. Aber ich... Ist das nicht das? Ich meine, die sehen sich ja auch alle sehr ähnlich, ne? Ich würde sagen, wir sind hier richtig. Aber irgendwie sagt das Spiel nö. Hm. Dann gehe ich halt hier weiter. Keine Ahnung, was es kann, aber es ist mal wieder etwas minimal anders. Ja gut, aber was anderes hätten wir auch alle wahrscheinlich gar nicht erwartet, oder? So, so revolutionär ist diese Technik dahinter meistens ja doch wieder nicht. So, dann hat er vielleicht mal minimal mehr Arbeitsspeicher, oder so, und das war's. So, hier ist nichts in diesem Raum. Nur ein paar Gegner. Auch schön, dass wir uns mit diesen Sonnenblumenviechern im Spiel ja eigentlich versöhnt haben, aber jetzt verprügeln wir die einfach trotzdem wieder. So. Das ist nicht hier. Okay, ich meine... Ich muss mir diese Punkte angucken. Vier da oben. Ich würde aber sagen, doch, das ist hier. Aber das Spiel sagt irgendwie... ...nicht, dass ich das hier kriege. Vielleicht gibt's eines, das einfach ganz genau so aussieht wie das hier. Und das ist einfach woanders. Hoffen wir es mal, weil sonst müsste ich wieder zurück hierhin kommen. Wie du denkst... Wie du... Entschuldigung. Wie denkst du über die Leute, die sich immer den neuesten Kram kaufen, obwohl sie sich nicht unterscheidet? Also, die Marke ist meistens Apple. Das machen ja viele Menschen und ähm... Gut 80% meines Umkreises hat auch ein iPhone. Auf jeden Fall. Und oder sogar ein Tablet. Also ein iPad, meine ich. Ähm... Von daher bin ich eigentlich... ...sogar eher in der Unterzahl. Ich meine, die meisten kaufen sich jetzt nicht gerade die allerneuesten Modelle... ...von irgendeinem Apple. Immerhin. Aber ich persönlich mag das eh nicht. Und ich finde... ...es ist oft rausgeschmissenes Geld so ein bisschen, weil... ...man Preis-Leistung nicht wirklich viel bekommt. Ein iPhone sieht sehr schön aus. Sehr ästhetisch. Ähm... Hat auch eine sehr gute Kamera. Die meisten davon wahrscheinlich. Ähm... Aber... Ähm... Man kriegt eigentlich nicht sehr viel geboten. Für sehr viel Geld halt, ne? Man zahlt hier... Oh nein, bitte nicht. Okay. Man zahlt hier zum Beispiel sehr viel drauf. Wegen dem... Speicherplatz zum Beispiel. So. Eigentlich in vielen, mittlerweile aber nicht allen... Was war denn das? Ähm... Androids? Kann man einfach eine SD-Karte reinstecken und fertig. Dann hast du so viel Speicher drin, wie du willst. So gesehen. Beim Apple geht das nicht. Und das ging halt auch noch nie. Auch so kannst du den Akku nicht austauschen. Kannst aber bei vielen Androids mittlerweile auch nicht mehr. Okay, irgendwie geht das hier überhaupt nicht schneller, als wenn ich... ...einfach diese scheiß Bahn hier genommen hätte. Weil ich hier an jeder Ecke nur am runterfallen bin. Ich dachte ich wäre schneller. Hm, bin ich aber gar nicht. So und... Es ist halt nur so, die meisten Leute, die sich diese super tollen Handys kaufen... ...sind eigentlich die Leute, die das Geld dafür gar nicht haben. Und sich das irgendwie auf Vertrag oder sowas kaufen. Na also, hier haben wir's. Hornfels und Watzmann. Haben wir vielleicht hier Glück mit den blauen Edelsteinen? Ich glaub aber nicht. Große blaue Edelsteine. Nein, das ist es nicht. So, drei große blaue Edelsteine suche ich. Nicht so. Ja und wie gesagt, viele Leute geben halt viel Geld auch dafür aus. Und ähm... Viele Leute geben halt sehr viel Geld dafür aus. Keine Ahnung wie viel so ein iPhone kostet. 1500 Euro, 1200 Euro. Und ähm... Die äh... Können sich das gar nicht leisten eigentlich. Oder sollten lieber das Geld für was ganz anderes ansparen. So. Und viele Leute, die... Na gut, viele Bonzen kaufen sich die Dinge auch. Aber viele wissen es auch besser eigentlich. Ich mein, das kann man nicht so auf einen Stereotyp zurückführen. Man kann jetzt nicht sagen, reiche Leute kaufen keine iPhones. Tun sie auch. Viele Leute kommen nicht iPhones. Ich mein, das ist ja wahrscheinlich auf dem Weltmarkt der Handys auf Platz 1. Aber ich weiß nicht. Ich hatte ein iPhone damals. iPhone 4 hatte ich. Und ich... Naja, hab's direkt am ersten Tag gejailbreakt. Damit ich es auch wirklich aktiv nutzen kann. Weil man konnte ja so gut wie nix damit machen sonst. Ich weiß nicht mehr, wie ich das hier wegbekomme. Und ich weiß auch nicht, wo dieses scheiß Ding hier sein soll. Ich glaub ich... Ich renne erstmal zurück. Ich weiß nicht mehr, wie man hinter diesen Felsen reinkommt. Autsch. Autsch. Und sie machen die Kabel los und verkaufen dann noch Kabel dazu. Mega witzig. Ja. Aber ich glaube auf diesen Zug... Warum ist der so? Auf den Zug, dass man keine Ladekabel mehr mehr dazu gibt. Da sind viele Android-Handys oder so. Samsung, glaub ich, auch schon mit aufgesprungen leider. Wir machen das jetzt auch. Was natürlich ne riesen Verarsche ist. Dann seid doch einfach wenigstens ehrlich gesagt. Nein, wir wollen euch verarschen. Wir wollen mehr Geld sehen. Weil jeder weiß es. Dass man jetzt sagt, ja Umwelt ist richtig... Jeder weiß, dass es gelogen ist. Das ist halt die Sache dahinter. Ich sollte einfach mit dem Ding fahren, glaub ich. Ich sollte nicht mehr zu Fuß gehen. Wie bin ich denn da durchgefallen? Lüge. Na gut, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin echt unglücklich da durchgebuckt irgendwie. Nicht gebuckt. Ich glaube, es war schon alles anständig, aber... Es war jetzt sehr unglücklich gefallen. Das sind grüne Edelsteine hier. Die Kabel sind ja nicht leitend. Das überträgt ja kein Signal. Es ist ja wirklich Stumpfplastik. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hoffentlich. Yes, ich glaube ich hab's. Oh, gut. Es waren Ende dieses Levels hier. Gut. Ja. Das ist echt traurig. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile auch kabellose Kopfhörer. Aber ich habe mir solche 30 Euro Dinger gekauft. Auf jeden Fall keine Apple AirPods. Ich weiß auch gar nicht, ob die kompatibel sind mit anderen Handys. Will ich aber auch gar nicht. Ähm. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber ich denke mir, wenn ich die dann verliere... Ich habe 30 Euro bezahlt. Ich meine, es war immer noch Geld. Man soll es nicht so tun als... Welche Millionär? Ich könnte damit um mich schmeißen. Wie findest du AirPods? Also, an sich das Konzept... Ich habe echt immer wieder und jahrelang normale Kopfhörer benutzt. Also diese mit den Kabeln. Ne? So hier rein. Zack. Und jetzt soll ich das Essen und mir solche Dinger geholt. Aber so von einer anderen Marke. Und die sind eh gut. Wireless Kopfhörer. Ja, also... Muss halt gucken. Ich würde jetzt kein Vermögen für sowas ausgeben. Lohnt sich einfach nicht. 30 Euro habe ich für meine Ausgeben. Die sind von... Wie heißt das hier? Vivanko. Die sehen so aus. Und ja. Kann man machen. Und wenn ich hier einen verlieren sollte... Ja gut. Dann habe ich halt Kopfhörer im Wert von 30 Euro verloren. Nicht welchem Wert von... 200 oder wie viel solche AirPods von Apple kosten. Die sind hier lächerlich teuer. Aber die wissen halt auch, dass sie es machen können. Solche Preise eben. Weil die Leute zahlen das auch. Ich bin hier richtig. Ich glaube schon. Moment. Wo werde ich jetzt... Daneben? Äh... Also hier. Ich komme aus derselben Fabrik, wo die Airports ja kommen. Oh, vielleicht schon. Was denn? Mach doch, dass es klappt. Dass ich jetzt mal so gucken muss. Ja, da. Genau hier. Genau. Hier. Okay. Gehen wir mal Wonders hin. Scheint es mehr Räume zu geben, die alle gleich aussehen. Das ist mal wieder mega weird. Gehen wir mal. 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 Oder so. Ah... Well cool. rồi. Also, das kann mir doch nicht sagen, dass das nicht da ist. Das sieht eins zu eins genauso wie auf diesem Foto. Und das Spiel sagt trotzdem... Nö... es ist nicht hier. ไมch mal. Noch einmal mehr gucken. Röhre. Unten. Kreuzchen. Türe. Okay, der Abstand ist hier kleiner, ne? Der Abstand ist nicht der gleiche Okay, das stimmt schon Das muss ich zugeben Der Abstand ist nicht gleich Das heißt, vielleicht gibt es noch eine, die Sehr ähnlich, wie das hier aussieht Aber ich weiß es halt nicht Vielleicht doch hier? Oh, bro, es war hier Danke, ich krieg noch einen Giftpilz Nice, immerher mit den Giftpilzen hier Äh, das war witzig gerade Okay, ähm Das ist im Endraum Und das ist schon das nächste Kapitel Okay, dann müssen wir jetzt bis zum Ende zurück Des Levels Jetzt mal zum Levelende Ja, aber ich selber Ich selber bin auch kein Fan davon, mir teure Handys zu kaufen Also, ich Bin nicht bereit So ein Vermögen auszunehmen Für, ich sag mal Nur ein Handy Selbst günstige Handys Haben eigentlich schon genug, was man braucht Also, ich selber hab jetzt ein Samsung Galaxy A50 Und ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt hab, weil ich es gekauft hab Ich glaube 200 vielleicht 250 vielleicht Was ich schon meiner Meinung nach als viel Geld empfinde Lass ich hier hin? Ich glaube nicht Warte mal Das fand ich eigentlich schon teuer Aber das sind halt diese Billo-Modelle von Apple Äh, von Samsung meine ich natürlich Ähm Und, ähm Es funktioniert mega gut Es hat meiner Meinung nach genug Rechenpower Es hat, äh Ich hab eine SD-Karte drin Also viel Platz Kann mich nicht beschweren Wie lange planst du dein Handy zu nutzen? Ja, das ist jetzt die Sache Ich hab bis jetzt seit Ich glaube zwei Jahren Ungefähr Vielleicht Ähm Etwas weniger Zwei Jahre sogar noch Und der Akku Der am Anfang sehr stark war Die Akkulaufzeit Die wird jetzt immer ein bisschen schlechter Irgendwie Und ich komm manchmal Auch gar nicht mehr Durch einen Tag damit Was es früher Überhaupt kein Problem war Früher konnte ich Zwei Tage ohne Aufladen Komplett durchziehen damit Jetzt reicht das Offen nicht mal mehr Für einen Tag Und ich glaube Das sind einfach die Akkus Die sind halt nicht Dafür gemacht Dass sie ewig halten So, man kann Auch dieses Handy Leider nicht aufmachen Und aufschrauben Und Akkus austauschen An sich Man müsste es halt einsenden Und das ist halt das Was ich so ein bisschen blöd finde Weil ich will mir eigentlich Jetzt nicht dafür Ein neues Handy kaufen müssen Aber man hat jetzt halt So ein bisschen Mit diesem Akku auch zu kämpfen Hier musste ich hin Genau Ich muss auf jeden Fall Den Das Blatt hier aufsetzen Ich hab mal ein Handy Bei drei Jahren Und will es wirklich nutzen Bis es stirbt Ja, ich eigentlich Ich eigentlich auch So, und ich Ich denke mir Wenn ich könnte Würde ich mal ein Handy Auch ein Leben lang nutzen Ist hier gar kein Grund Mir ein neues zu kaufen Wenn es nicht irgendwie sein muss Warum auch Wenn mein Handy super ist Warum nicht Warum muss ich dann noch Ein anderes haben Neben dem blauen Hier Hier, oder? Moment Ich muss erstmal hier Klären Ist es bei der Handy Auch so, dass du Über Nacht So 15-20% Akku verlierst Kann der Wecker Wirklich so viel ziehen? Ähm Ich glaube nicht So viel Verliere ich über Nacht Aber Ja, schon so Teilweise Was ist das? Was ist denn jetzt hier Für der Fakett? Achso Das ist nicht Die hier, oder? Doch Ist sie Moment Aber auch so Ich nutze es teilweise gar nicht Ich habe es einfach nur bei mir Und es verliert Akku So außerdem nichts Das war früher halt noch nicht so Und das ärgert mich ein bisschen Weil ich denke mir Mann Komm schon Das Handy löst sich nach der Zeit Einfach selber innerlich auf So ein bisschen Das soll halt so nicht sein Mein vorheriges Handy Es war glaube ich Samsung Galaxy A5 Ich weiß es gar nicht mehr Ich kann mir die Namen einfach nicht merken So Wir gehen jetzt in die Hölle Wieder mal Liegt auch vielleicht drin Da ich den Energiesparmodus nie drin habe Habe ich auch nie Eigentlich Jetzt Vor Nicht mal einer Woche Habe ich mir es angewöhnt Den immer drin zu haben Jetzt habe ich den drin Jetzt denke ich mir Ja scheiße Sonst komme ich nicht mehr durch den Tag teilweise Jetzt ist es ein bisschen besser geworden dadurch Natürlich immer noch Alles andere ist perfekt Aber schon besser Naja Was müssen wir mal machen Ach ja Ich wollte euch hier die Karte zeigen Von dem Pixel Den wir da Hätten kaufen können Ähm Möchte ich mal suchen Ich habe den ja gefunden Tiptron So sieht das Ding aus Dieser Roboter Klon von Tipi wurde von Konrad entwickelt Ein unglaublich super seltenes Sammlerstück Mit lebensechten Bewegungsabläufen Ja und das Ding kann man bei Konrad Also diesem Nerd Äh Gecko Für Also Chameleon Bei Für 999 Münzen abkaufen Aber was soll ich sagen Ich habe Vermutlich dieses Geld heute nicht mehr Die regelt halt die Powerbank Das ist auch gut Aber Ich habe Ich glaube ich habe so eine uralte Powerbank Die höchstens 10% aufladen konnte Und ich habe auch keinen Bock Mehr in einer Powerbank Noch zusätzlich rumzulaufen Ich finde das Mein Handy ist einfach Von alleine regelt So wie gesagt Das Handy was ich da vor hatte Das war irgendwann eine richtige Katastrophe Mit dem Akku Also das ist noch Was ich jetzt habe Gar kein Vergleich zu Der ist bei 20% einfach ausgegangen Und Die hat der von 100 auf 20 Und dann auszugehen Oder auf 15 teilweise manchmal Waren in 2-3 Stunden schon erreicht Und ich war so Warte mal Das kann doch nicht sein Da im Wasser So Jetzt habe ich nur Eine etwas schlechte Nachricht Ich glaube wir müssen wieder In den See Der verdammt ist zurück Wo ich das nicht möchte Ist der gruseligste Scheiß ever Ist das nicht hier Ist das gar nicht hier Moment Wo ist denn das dann Es gibt noch einen anderen See Mann lass mich nochmal gucken Am Ende von einem Wasser Wie viel Wasser gibt es denn In diesem Level Wenn es nicht hier ist Okay dann suchen wir weiter Ich dachte es wäre hier Oh Mann So Mein Uralthandy Habe ich halt auch Eine Billow Powerbank Noch zusätzlich benutzt Und irgendwie verzweifelt Zu versuchen Irgendwie das Ding noch Am Leben zu erhalten Wenn ich mal Mehr als eine Stunde Aus dem Haus war Oh da komme ich gar nicht weiter Hier Einfach dein Handy So lange nutzen wie Deinen alten Rechner Ja Mann Ich hatte den Lange habe ich meinen alten Rechner benutzt Elf Jahre glaube ich Zehn Jahre oder Nein warte mal Ich habe den mir gekauft 2011 glaube ich Und den auch bis 2021 Genutzt Ich glaube es waren Ziemlich genau Zehn Jahre Als ich den benutzt habe Und der war schon Als ich den neu hatte Nicht mal gut Oder auf Clubhandy wechseln Ich habe letztens einfach Im Bus jemanden gesehen Der hatte einen Clubhandy Und ich hatte Mad Respekt vor ihm Aber ich denke mal Das sind irgendwelche Tickerhandys einfach Einmalche Zum Drogen Der hat einen Df Dass man da nicht Auswendig gemacht wird Ja dann esse ich es halt Komm Ich weiß nicht mal Ob ich hier überhaupt Richtig bin Wo ich gerade Loslaufe Hier rumlaufe Manch Aber ich kann mich gar nicht An noch mehr Wasser Erinnern Außer an die Einstellung Weil hier ist nichts Schade drum Hm Ja was denn dann Oh Okay Es gibt nur diesen Einseh Oder muss ich wirklich Den C der Verdammnis Einmal runter Gut dann machen wir das Ich hätte nicht gedacht Das wir das hier nochmal machen Weil ich das so schrecklich Finde hier lang zu gehen Aber das Spiel will es Offenbar so von mir So Als letztes Mal habe ich Davon erzählt Dass da diese gruseligen Stimmen kommen Und die kommen auch Ähm Und diese creepy Musik Äh Eric hat mir mal gesagt Als ich das gespielt habe Im Stream Ähm Dass ich darüber geredet habe Aber ich dann einfach Nicht die Klappe gehalten habe Dass man es nicht mal anhören konnte Deswegen werde ich jetzt Ruhig sein Und euch das lauschen lassen Wie gruselig diese Musik Und euch das lauschen lassen So, hier ist die Musik, glaube ich, wieder normal. Und viel Spaß mit den Albtraum heute Nacht. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss doch jetzt nicht wieder dieses Wasser auf und ab machen, oder? Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich guck mal. Ich glaube, ich muss es irgendwie doch machen. Mal gucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier? Aber hier ist kein weiterer See. Was soll denn das? Ich bin völlig umsonst hier gerade. So, die Karte sagt nämlich, es ist im Wasser am See. Aber es gibt nur ein See in diesem Level. Deswegen checke ich das gar nicht. War richtig creepy. Ja, oder? Scheiße, Alter. Das ist ein offizielles Mario-Spiel, was für Kinder ist. Mit dem Namen Super Paper Mario. Was nicht mal darauf deutet, dass irgendwie sowas hier ist. Man denkt, hey, das ist Super Mario Brothers, aber mit Papier Mario oder so. Und dann hörst du ja voll irgendwelche Stimmen, die irgendwie schreien oder sowas. In den YouTube-Kommentaren zu diesem Lied auf YouTube meinen manche irgendwie, dass da Stimmen auf Japanisch und die sagen, bitte helf uns oder sowas. Oder auf Englisch sogar, das weiß ich gar nicht mal mehr. Weil es die verlorenen Seelen sein sollen, die ja irgendwie zu einem sprechen. Voll gruselig. Naja, wenn wir es hier nicht finden, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Ich glaube, wir machen heute eh nicht mehr alle Schatzkarten. Von daher ist das jetzt auch egal. So, lass mich das noch einmal nochmal analysieren hier. Würdest du gerne mal Japan besuchen? Ah ja, gerne. Warum nicht? Also doch! Also doch! Warum? Jetzt habe ich echt viel Zeit umgelegen lassen. So, jetzt haben wir diese gruselige Musik hier. Hört sich echt an. Greif, Erich. Das ist ein Zeichen, Mann. Erich hat mir gesagt, ich soll die Leute die Musik richtig hören lassen. Und dann ziehe ich eine Karte nach dem Greif, Erich. Oder Greif, Erich. Welche Länder würdest du nicht besuchen, weil kein Interesse oder so? Also früher hatte ich das Mindset, ich will überall hin, egal wo. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich denke mir, hm. Ich glaube, Orte, die einfach langweilig sind. So einfach irgendeine Vorstadtprovinz in England oder sowas. Würde mich, glaube ich, echt nicht jucken als Beispiel. Solche Orte, ich weiß nicht, irgendwo wo wenig los ist. Irgendwie wo nichts ist. Habe ich, glaube ich, nicht so gerne hinwollen. Ich glaube, so Orte, die ich gerne sehen würde, sind einfach so Großstädte. Sachen mit spektakulären Natur, also Naturwundern oder sowas, weil die sehr schön sind oder Sehenswürdigkeiten einfach irgendwo, wo es sowas gibt. Strände, Berge, Seen, keine Ahnung. Aua. Nein, nicht runterfallen. Okay, gut. So, wir müssen jetzt zu den Ommers hier. Würdest du diese hochkliminären Länder in Mittelamerika besuchen? Da geht jedenfalls die Post ab. Also langweilig ist das nicht. Ich weiß nicht. Muss ich mein Leben dabei aufs Spiel setzen? Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Ich mein, man kann ja vielleicht einmal Party in Tiruana machen, aber so sonst, ich weiß nicht. Ich mein, klar, das stimmt. Da geht echt die Post ab. Und wenn man als Tourist da ist, hat man Glück, wenn man noch mit beiden Nieren wieder nach Hause kommt. Aber ich weiß nicht mal. Also ich muss, glaube ich, echt nicht mit Über auf der Welt sein. Ich glaube, hier wo ich bin, fühle ich mich wohl. Und vielleicht alles, was ein bisschen touristenfreundlich in dem Sinne ist, dass man dann nicht irgendwie sein Leben verliert. Oder seine Organe. Denk ich mir auch. Du bist locker am Terminal nach erschossen. Ja, das wäre schade. Deswegen. Strafgerecht. Okay. Dann schmeiße ich den Giftpilz weg. Ich weiß nicht, wie viel Giftpilz wert ist. So, das nächste Level ist hier... Ach, das ist das Ende von diesem Level. Ja gut, dann müssen wir ja noch ein bisschen hierbleiben. Ich dachte, ich könnte jetzt hier raus. Geht aber noch nicht. Aber diese Musik hier zum Beispiel, die mag ich irgendwie. Dann cool. Äh, wo kam ich denn mal her? Ja. Ist ja richtig. Ja, oder? Das blöde ist ja, ich kann dir ja keine Lichter anmachen. Weil sonst der Emulator buggt wie sonst was. Hatten wir ja schon mal. Okay, das scheint nicht der Weg zu sein. Ich suche gerade im Netz nach Airpods oder eine Alternative davon. Ah, das tut mir irgendwie schon was. Ich denke, mit aktivem Bluetooth schmort mir der Akku nach 10 Sekunden weg. Ja, vielleicht habe ich auch deswegen ein bisschen mehr Akkuverbrauch generell, weil ich viel Bluetooth anhatte. Ich hatte auch eine Zeit lang, das muss ich auch zugeben, Bluetooth immer permanent angelassen wegen diesen Kopfhörern. Aber jetzt versuche ich mir auch anzugewöhnen, das immer mal wieder auszumachen, wenn ich es nicht gerade aktiv nutze. Ist eigentlich ein No-Brainer, sollte man auch. Aber ich dachte mir immer so, ja, ja, komm. Was braucht es mehr am Tag? 5%? Komme ich schon klar. Aber scheinbar ist es viel mehr als das. So, wir sind im Himmel. Wie schön. Die Musik in der Hölle fand ich auf jeden Fall cooler. Aber irgendwie ist die Atmosphäre ja schöner. So, der gelbe Apfelbaum. Viel Glück, den zu finden. Und die Säule, ist die Säule in diesem Level oder im nächsten Level? Keine Ahnung. Das ist safe im nächsten Level. Samsung hat welche, die sie in Gear Icon X oder so genannt haben. Keine Ahnung. Kenne ich gar nicht. Ich muss auch sagen, ich kenne mich nicht sehr gut aus in der Handywelt. Auch so was, welche neuen Veröffentlichungen oder was was angeht. Ein Kumpel von mir, der sagt mir auch immer, oh, hier, die neuen Sachen sind raus. Oh, ich kann mir auch nie merken, was der für Handys hat. Das sind auf jeden Fall keine iPhones. Der hat meistens, ja, das neue Samsung Touch 10 oder so was. Ich habe mir so, was? Ja, man kann sogar mit einem Stift da draufschreiben. Und es hat einen Zoom-Effekt für Fotos. Das geht irgendwie 100 Meter und noch weiter. Ich denke mir, wow, krass. Ich habe noch nie was von diesem Handy gehört. Aber ja. Ich bin irgendwie nicht so drin. Also ich brauche gar nicht mehr so viel für mein Handy. Das, was ich will, ist eine gute Akkulaufzeit. Und dass der Prozessor einigermaßen mitmacht, sodass ich Mario Kart 2 draufzocken kann. Und dass man eine SD-Karte reintun kann. So, das sind so die drei Sachen, die ich von einem Handy haben möchte. Und vielleicht jetzt, mein Handy hat das jetzt nicht so gut, meiner Meinung nach. Vielleicht eine etwas gute Kamera. Etwas besser. Meine ist irgendwie nicht so schön. Ich weiß nicht. Meine wackelt irgendwie beim Aufnehmen. Ich glaube, das ist aber ein Fehler mehr. Das hat so... Es ist so, als würde ich so richtig zittern beim Aufnehmen. Aber ich weiß, dass ich halt nicht zittere. Sondern das Handy ist einfach so komisch macht. So, wo sind denn hier die ganzen Räume jetzt? Würdest du es finden, wenn ich jemand von 100 Meter Entfernung gerade in die Wohnung zoome und dich beim Stream stalkt? Das ist halt mega witzig, weil... Letztens habe ich mir zwei Buddies abgehangen. Und der eine war der mit diesem neuen Handy. Und er hat das dann gemacht. Wir haben dann einfach irgendwelche Leute rangezoomt. Oder besser er erstmal. Auf irgendwelche random Leute. Und dann einfach Fotos von denen gemacht. Einfach zum zeigen, guck mal so. Von wie weit man Fotos machen kann. Und das war halt schon ein bisschen weird auf jeden Fall. Und ich habe mir gesagt, stell dir mal vor irgendetwas. Mach dir jetzt gerade ein Foto von dir, wie du ein Foto machst. Also ja, theoretisch. Wer weiß, wie man in meine Wohnung hier rein zoomen kann. Aber ich glaube... Na, so richtig hier rein filmen kann hier, glaube ich, keiner so. Wenn ich so aufs Fenster gucke. Also zumindest nicht da, wo ich hier sitze. Also so. So, ich fand die Slime war schon so, man. Er träumt jetzt noch. Dass man diesen einen bestimmten Raum finden muss, wo... Die gelben Äpfel sind. Kennst du das Spiel Monster Crown? Nö. Was ist das? Was kann das? Oh, okay. Ich bin nicht runtergefangen. Das war ja zu erwarten. Du Dreckzack. Oh, oh. Oh, okay. Ich bin noch nicht hier verloren. Wo muss ich jetzt hier hin? Muss ich hier hoch? Ist eine Art Pokémon mit ein bisschen einem ersteren Setting. Und toller Pixel-Grafik für PC. Gefällt mir echt gut. Verrückt. Monster Crown? Nein, noch nie gehört. Ich meine, irgendwie würde ich schon sagen, gefühlt... ...kenne ich mich mit neuen Game-Releases fast genauso gut aus wie mit neuen Handys. Wie bin ich mal der Letzte, der von irgendwas erfährt. Aber... Ja, das klingt spannend. Es gibt ja mehrere so neuer Pokémon-Stil-Ableger, die teilweise Sachen halt besser als das OG-Pokémon-Spiel machen, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie diese Spiele heißen. Digimon. Ha, mein Spaß. Wo geht's denn hier weiter? Ich hab keine Ahnung. Du stehst mal ein bisschen weg. So. Wo ist der Raum, den gelben, ey? Das ist... Bitte sei der Raum. Nein, das ist der rote Apfel. Na gut. Na gut. Oh, okay. Alles gut. War alles geplant. Perfekt. Oder orange. Ich meine... Gelb, orange. Ist das nicht das gleiche? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das der richtige Baum ist. Aber wir probieren's trotzdem mal. Vielleicht sieht's einfach nur so aus. Yes. Es ist der Baum. Oh, perfekt. Geld. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Das freut mich. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob das hier noch am Ende von diesem Level ist oder schon Anfang des nächsten Level ist. Deswegen werde ich hier noch bleiben. Auch wenn ich keinen Bock mehr hab. Aber ich bleib hier noch. Aber an sich... Oh nein! Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Oh, scheiße. Oh nein. Ja, wir fliegen wirklich ganz runter nochmal. Alles klar. Schade. Oh, jetzt hab ich's nicht mehr drauf geschafft. Ach, wir sind wirklich ganz unten gelandet. Das ist so ärgerlich. So, schon besser. Wollte ich hier hin? Ich glaub schon. So, ich suche einfach nur ganz weit hoch zu kommen. Okay, ich brauch definitiv Blue-Gee. Kannst du diese Bluetooth-Kopfhörer empfehlen, die zwar Bluetooth sind, aber noch ein Kabel haben, dass man die am Nacken hat? Fallen dir irgendwelche Bedenken ein? Ich hab keine Ahnung. Das hab ich noch nie benutzt. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mal einen benutze, der kabellos ist. Ich war immer richtig einer der alten Schule mit Kabeln. Oh, das ging nicht so weit, wie ich's mir erhofft hab. Na klar, nochmal ganz runter. Fantastisch. Okay, jetzt nicht ganz runter. Krieg hier noch einen Versuch. So, ich muss aber Anlauf nehmen. Irgendwie nimmt Mario nicht so gut Anlauf auf den Dingern. Ich mein, das Spiel will, da ich hier Prinzessin Peach einfach mal kurz benutze. Aber ich denk mir, ich würd's so schaffen. Aber, na gut. Spiel gewinnt. Bitteschön. Ist das hier das Ende? Okay. Ist eigentlich auch. Ich mein, eine 10 Euro Kabel halten nicht so lange. Vermutlich. Ich mein, ich hab mir auch schon verschiedene Kopfhörer geholt. Und ich hatte auch einmal, auch weil ich mit Kabel und Gärten so einen scheiß Sound. Ich war richtig enttäuscht. Das waren die von Itzy, oder wie die heißen. Itzy? Mit Y? Die hatten so einen Kacksound. Die, wie heißen die hier? Wie, Wanko? Die klingen gut. Und ich hatte vorher genau das Modell von denen mit, äh, oh nein, mit, äh, Kabel. Dann hab ich, aber da die zwar gut sind, aber auch die nach ein, anderthalb Jahren mir meistens irgendwie kaputt gehen, weil dann irgendwie ein Wackelkontakt dann drin ist. Oder eins der, der beiden Hörer auf einmal kaputt ist. Hab ich mir angewöhnt, die einfach zurückzugeben und umzutauschen. Darauf bin ich nicht voll gekommen auf die Idee. Die, man hat, garantiert auch. Das hab ich jetzt das letzte Mal gemacht. Haben deine ein Mikro? Also meine Bluetooth-Kopfhörer? Nein, die haben kein Mikro. Oh, ich hatte oben bleiben sollen. Ähm, und da hab ich einfach umgetauscht. Und dann hab ich, ich hatte 15 Euro, glaub ich, für die bezahlt. Dann hab ich die 15 Euro zurückbekommen und dann für 30 Euro die, die ich jetzt hab gekauft. Also hab ich so gesehen, wenn man so sehen will, nur, äh, nur statt 30, 15 bezahlt. So, hier sind Säulen. Aber das sind jetzt nicht die Säulen, oder? Lass mich nochmal auf die Karte gucken. Das war, das waren nicht die Säulen, das waren auf dem Boden welche. Also, ich muss mich nochmal aufschauen. Also, ich muss mich nochmal aufschauen. So, jetzt noch mehr Säulen, als sollen die in der Luft stehen. Also, nicht die, die ich suche. Spring hoch. Na gut, dann, dann nicht. Das könnte es sein, oder? Ich hoffe es. Das wäre mega cool. Mist. Schade, ich hätte es echt gehofft. Ne, es sind auch längere Säulen. Ne, oder? Moment, die sehen eigentlich fast genau wie die aus. Lass mich das mal vergleichen. Aber die sehen trotzdem etwas länger aus. Und das ist, scheint auch das Ende von einer. zu sein. Könnte hier sein. Okay, jetzt haben wir mal diese lustige Weltall-Animation. Was für eine Erde soll das überhaupt darstellen? Das sind voll die Länder, die es gar nicht gibt. Aber gut, wahrscheinlich ist das auch eine Fake-Erde. Nicht hier. Boah, ist das kacke, ey. Jetzt sagt nicht, das war die ganze Zeit doch schon im nächsten Level. Und wir haben das echt für nichts bis hierhin gespielt noch. Ah, ja, sieht wohl so aus, oder? Das ist ein bisschen schade. Dann war das wohl vermutlich für nichts. Und erst im nächsten Level wartet das hier auf uns. Oder hier. Komm, letzte Chance. Letzte Chance. Hier. Nee, das ist nicht hier. Kann ich direkt schon sagen. Hier ist diese Wand. Okay, dann nicht. Dann gehen wir ins nächste Level. Na, ich gucke jetzt mal grob. Wenn ich es nicht finde, dann finde ich es halt nichts. Okay, schade. Gut, geht es ja gar nicht weiter im Moment. Oh, komm. Hier ist das nächste. Vielleicht haben wir hier mehr. Glaube ich aber auch nicht, dass es hier ist. Da ist ja keine Türen in der Nähe gewesen. Hm, schwierig, schwierig. Soll man sagen. Okay. Okay. Oh, und so langsam wäre ich auch froh, wenn ich hier fertig wäre mit dem Spiel. Kann ich falsch erstellen, aber. So langsam hat man es verstanden. Vielleicht hier? Vielleicht hier? Yes. Es war hier. Okay, gut. Da war noch eine übrig und die ist auf so einem Ding hier drauf. Müssen wir mal da nach Ausschau halten. Gucken, ob wir sowas hier finden. Das Blöde ist, es ist ein großes Level hier und hier sieht alles gefühlt gleich aus. Oh, ich glaube ich habe es. Es war hier, oder? Ich hätte nicht dieses Slow-Mo-Ding nehmen sollen. Aber es sieht fast so aus wie das. Okay, cool. Wir haben es. Wer hätte gedacht, dass die letzten hier direkt nebeneinander schon fast sind. Okay, jetzt gibt es noch vier Karten. Aber ich habe das Geld nicht dafür. Moment, selbst das ist ein Slow-Mo? Wow. Das ist ein witziger Effekt. Okay. Gucken wir mal, ob wir uns hier irgendwas noch leisten können. Wir haben ja einen Goldbarren gefunden. Verkaufen. Okay, verkaufen. Ich meine, je nachdem, wo man Sachen verkauft, kriegt man bestimmte Gegenstände für bestimmte Sachen mehr Geld. Aber ich weiß ja nicht was und wo. Von daher, verkauf ich es einfach hier. Goldschatz. Oh, dieses Strafgericht und der ganze Scheiß ist ja viel weniger Geld wert, als ich gehofft habe. Zwei Dollar. Das ist ja scheiße. Okay, mal gucken, wie weit ich mit fast 500 Dollar komme. Muss ich vielleicht nicht meine letzten Pilzen-Mixerie verkaufen. Mal gucken. Ich hoffe, der hat die jetzt alle zum Angebot. Die letzten zum Kaufen. Ich meine, im Endeffekt, wenn ich die letzten vier oder wie viele Schatzkarten habe und die gemacht habe, gibt es selbst dafür nicht mal einen bestimmten Bonus. Dann ist das einfach nur so, ja, nett, gut gemacht, aber fertig. Nicht mal alles gut gemacht, kriegt man gesagt. Also man kann das Spiel hier komplett zu 100% durchspielen. Mit allen Karten sammeln, mit allen Rezepten, allen möglichen. Aber im Endeffekt gibt es davon eigentlich nichts. Man hat es einfach nur, um es zu haben, so ein bisschen, ne. Und das habe ich auch noch nie gemacht, das zu 100% komplett durchzuspielen. Ich habe, glaube ich, schon mal, als ich es so damals gespielt habe, alle Schatztruhen gesammelt. So, also alle Schatzkarten hier gemacht, so wie ich es jetzt gerade hier auch so halb dabei bin. Aber alle Rezepte, so habe ich nie gemacht und alle Karten gesammelt auch nicht. Oh, ist das teuer. Scheiße. Wer soll denn so viel Geld haben? Ich kann mir zwei leisten, aber das war es dann auch. Okay, ich brauche 290 Dollar. Eine, die, diese 8 wird, kann ich mir noch leisten. Dann verkaufe ich. Dann verkaufe ich noch mein Kram, um auf die 200 Dollar zu kommen. Dafür brauche ich 155 mehr noch. Ich glaube und hoffe, die kriege ich. Oder ich nehme das Geld, was ich habe und versuche es im Casino zu. Vermehren. Nein, Spaß. Warte mal, ich kann doch Karten verkaufen. Scheiße, man kann ganz viel Geld damit machen. Das habe ich die ganze Zeit voll vergessen. Wartet mal, wartet mal. Ich kann doch meine ganzen Karten verkaufen. Dafür gibt es sehr, sehr viel Geld. Das habe ich völlig vergessen. Scheiße, man. Ich verkaufe hier alle meine guten Items. Karte verkaufen. Guck mal, ich kann dir ganz viel verkaufen. Am besten die teuren. Tipptraum-Karten. Ich meine, das sind die Karten davon. Das ist eigentlich scheißegal. Das ist doch kein Wunder. Vertickt mal die Karten. Ja, ich habe es völlig vergessen. Guck mal, ich kann mich hier reich machen. Das habe ich einfach nicht mehr im Kopf gehabt. Ich meine, die werden ja immer noch gespeichert geblieben in meiner Kartensammlung. Da habe ich zwar null von den Karten, aber ich habe die Karte so gesehen. Und die ist dann nicht in der Sammlung weg. So, jetzt kaufe ich mir die letzte Karte. Weil ich habe rausgefunden, ich bin gar nicht arm. Ich habe einen Batzen an Geld in dieser ganzen Kartensammlung hier. Nebenbei. So mal ganz eben rausgefunden. Ach ja, warte. Es geht ja nicht um auf den letzten Groschen hier, da ich mir überhaupt noch hier die letzte Karte leisten kann. Sondern ich bin stinkreich. Ach ja, stimmt. Völlig vergessen. Ich bin ein reicher Mann. Okay, dann ist das ja geklärt. Ja, würde ich sagen, versuche mal noch diese letzten Schatzkarten zu machen. Und dann kann ich euch zeigen, was so das mit der Flop-Stadt-100-Raum-Gegner-Challenge ist, auf sich hat. Aber ich werde es natürlich nicht mehr machen. So. Die letzten Karten. Es befindet sich... Äh, toll. Das ist wieder in dem Level. Ach Gott. Ich muss wieder zurück. Und dann ist das in Graf Knickwitz. Boah. Junge, wo soll das denn sein? Das könnte alles sein. Alter. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Das ist am Ende von dem Level 7-4. Was ein bisschen blöd ist, weil wir waren schon fast dort. Jetzt muss ich auch wieder zurück dahin. Und die anderen drei sind in Graf Knickwitz. Bruder. Aber keine Ahnung wo. Das ist ja echt super schwer herauszufinden. Ich versuche mich zu beeilen, ja? Danke für eure Geduld. Nein! Ich will hier nicht noch eine Runde warten. Luigi. Okay. Luigi regelt. Okay. Das war saudumm, was ich gerade gemacht habe. Ich habe mich mitten im Sprung umentschieden. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt kommen wir trotzdem wieder hoch. Luigi steuert sich schon ein bisschen schwammig. Gerade so in der Luft. So in der Luft wieder zurückzukehren ist eigentlich fast unmöglich. Weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich glaube, ich muss hier hin, oder? Ich muss irgendwo hin, wo eine Treppe ist. Und ich glaube, die Treppe ist am Ende vom Level. Wenn es die Treppe ist. Ich weiß es nicht mehr. Das ist der Regenbogen. Ich glaube, hier der Nisrum könnte sein. Ich bin ja dann doch schneller da hoffentlich als gedacht. Boah. Die Musik kann ich mich ja gar nicht erinnern. Okay. Fast oben. Okay. Oben hin. Bis nach ganz oben. Dann die sechste Stufe runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier müsste das sein. War die Musik beim ersten Mal auch schon da, als wir in diesem Level waren? Ich kann mich überhaupt nicht an dieses Lid erinnern. Echt komisch. So, und jetzt müssen wir sogar auf Knickwitzburg. Die ist halt auf der anderen Seite. Die ist halt nicht da oben. Wir müssen dafür nach Flop statt. Aber dieser Lauf-Schneller-Pixel, der ist schon echt sehr praktisch. Das sparen schon echt eine Menge Zeit damit. Ich lebe einfach damit hier schnell rumlaufen. Ich würde sagen, wir fangen einfach bei Level 1 an. Aber ich weiß nicht genau, wo die Dinger sind. Ich glaube, eins ist im Spielkabinett. Eins war an so einer Fackel. Eine Fackel könnte Level 1 sein. Ist das nicht direkt hier sogar? Ist das nicht einfach die allererste Fackel? Das wäre ja nice. Ne, das ist eine Fackel, die wo links eine Wand ist. Aber ich glaube, das ist nicht so weit von hier. Ich gucke mal gleich. Wieso existiert diese Burg überhaupt noch? Ich meine, Graf Knickwitz ist besiegt und so gesehen in ein glückliches Leben abkommen, wo er kein Bösewicht mehr ist. Wieso löst sich diese böse Burg da nicht auf? Und auch dieses Schatten-Ding dahinter. Ich müsste das Ding sich doch erledigt haben damit. Ich glaube, ich muss hier hin. Ne, doch nicht. Ne, doch nicht hier. Bleib doch noch vorne los. Okay, ich fängs mal schön in 3D. Dann lassen die mich in Ruhe, die meisten hier. Eigentlich ist das wirklich schön, dass der Final Boss im Postgame einfach zufrieden ist. Ja. Na, wobei es hier am Ende herausgestellt hat, er ist hier nur der zweite Endboss. Die zweite Geige. Der wahre Endboss war ja Dimension. Und denen ging es ja gar nicht gut am Ende. Kann sein, dass ich ein bisschen zu weit gelaufen bin. Oder zu weit gelaufen bin, mein ich. Das ist dahin, wo ich hin muss. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Mit dem Wünscher müssen wir gleich wieder zurückgehen. Ich glaube, ich bin eine Tür nicht genommen, die ich hätte nehmen müssen. Ja, ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind hier... Hm, das ist jetzt doof. Hier endet das Level. Boah, ich weiß nicht. Aber das sind echt die härtesten von allem. Weil dieses Schloss sieht einfach so... Hier sieht einfach alles so gleich aus. Nee, ich glaube, ich habe eine Tür übersehen. Eben. Welt reingehen müssen. Ich bin stattdessen weitergelaufen. Aber immerhin. Guck mal, wie schnell ich hier rumflitze. Das ist echt toll. Damit sparen wir uns sehr viel Zeit. Also eigentlich clever, dass ich zuerst den 100 Raum-Challenge-Ding gemacht habe. Das erste davon. Wo wir diesen Kerl hier bekommen für. Und wir damit danach uns hier weitermachen. Damit wir damit doch ganz gut Geld... Äh, ich meine Zeit schon schwanken. So, ich glaube, ich muss da oben in die Tür rein. Das habe ich gerade einfach nicht gemacht. Weil ich dachte, da scheiß drauf. Aber ich hätte nicht drauf scheißen sollen. Genau, ich muss hier... Das ist richtig. Nastasia-Karte. So, jetzt... Wird ein bisschen umständlich. Weil jetzt muss ich mich hier raus teleportieren. Aber dann dahin zurück zum Schloss zu kommen... Dauert lange. Das Spielkabinett... Ich meine, das ist in Level 3 und nicht in Level 2. Ich bin aber nicht sicher. Das Spiegel-Kabinett. War das in Level 3? Ich meine, ja. Oh, wir werden hier hingebracht. Oh, das ist nett. Ich dachte, wir würden nach Flipstadt zurückgebracht. Okay, nice. Cool. Dann freue ich mich. Okay. Das spart... Locker zwei Minuten Gameplay oder so. Okay. Sehr cool. Machen wir Level 8-3 jetzt. Ist der Falsche? Ich nehme mal Mario. Und Flitz-Tor. Oder wer ist das? Boah, okay. Das ist eine ganze Gegner-Armee hier. So, und die letzte Schatzkarte ist ja da, nach einer Türe, wo nichts danach kommt. Also kein Hintergrund. So, hier ist das Spielkabinett. Das ist doch das, oder? Gucken wir mal. Ich klang jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, als es sein sollte gefühlt. Okay. Ist das das hier? Das ist hier drin. Lass mich das nochmal vergleichen. Das ist ein bisschen schwierig. Nach einer Türe. Es sieht aber aus, als wäre das das hier. Ich meine, hier kommen bestimmt noch ein paar weitere Spiegel, die genauso aufgebaut aussehen. Der ist etwas in der Luft. Rechts daneben ist einer auf dem Boden. Darüber ein schmaler. Ich hätte gesagt, der hier. Wo genau muss ich den aktivieren? Im Spiegel selber. Hier in der Mitte. Oben mittig. Ist aber scheinbar nicht der. Okay, gehen wir weiter. Vielleicht finden wir ja doch noch was. Nicht hier, oder? Ja, nicht der. Oh, du Dreckzack. Aber hier endet ja der Spiegel. Spaß schon. Es ist nicht hier. Okay, warte mal. Entweder es kommen hier noch mehr Spiegel. Was ich aber nicht mehr weiß. Oder ich habe das falsch gemacht. Ich glaube, ich muss oben entlang. Boah, es ist wahnsinnig kompliziert in diesen Leveln hier. Dinger zu finden. Aber ich meine echt, das war am Anfang von dem Raum genau das Richtige. Aber vielleicht auch nicht. Jetzt muss ich gleich wieder zurücklaufen. Das ist ein bisschen doof. Aber hier kommt ja noch ein Spiegelkabinett. Okay, also nächste Chance. Ich vermute... Was wird das hier sein? Yes. Super Demenzio-Karte. Okay. Dann kann ich jetzt das Level verlassen. Glaube... Nee, ich glaube, ich bleibe. Ich glaube, ich bleibe. Ich glaube, die letzte wird in 8-4 sein. Aber ich werde trotzdem hier drin bleiben und wirklich nochmal genau gucken. Nach jeder Türe, was da kommt. Aber die letzte sieht so aus, was wir hier suchen. Da ist eine Tür. Ich glaube, das ist der Final-Boss-Raum. Ja, wobei, vielleicht auch nicht. Und da ist halt nichts da. Nur schwarzer Hintergrund. Mehr nicht. Und das versuche ich jetzt zu suchen. Seht ihr? Das ist hier nicht, weil hier ist was im Hintergrund. Das können wir schon mal ausschließen. Okay, dann endet es der Wert. Dann ist es wirklich ein 8-4. So, laufen wir mal. Eigentlich sollte das gar nicht so schwer sein, wie man denkt. Also klar, man zieht kaum was. Aber durch Ausschlussverfahren wissen wir ja schon mal, auf was wir alles achten müssen und auf was nicht. Also es muss nach einer Tür sein. Und es darf nichts im Hintergrund sein. Und ich glaube, das könnte echt am Ende von diesem Level hier warten. Wenn nicht schon mittendrin. Natürlich jetzt ein bisschen müßelig da hinzukommen. Weil das ist jetzt natürlich auch extra nicht sehr leicht gebaut. Und vielleicht kommt auch die Super-Labyrinth. Ich hoffe, das muss ich jetzt auch nicht noch intensiv machen. Okay. Boah, hier weiß man auch nicht, was ist hier Hintergrund, was ist hier nicht Hintergrund. Das sieht ja alles so furchtbar gleich aus. Ich nehme mal Peach hier in dem Fall. Ich glaube, das könnte ganz schlau sein. Ich mache das mal so. Okay. Können wir noch nicht hier? Oh, Riesen-Mammut. Okay, in dem Spiel gibt es auch keine kleinen Mammuts, also... Es gibt nur Mammut. Aber das ist die stärkere Version von Mammut. Die sind grau. So, und ich glaube, das ist dieses Riesen-Labyrinth-Ding hier gewesen. Uff. Oh nein, ich muss echt noch einmal hier durch dieses ganze Ding durch. Okay. Ey, aber das einzig Gute daran ist, ich kann jetzt hier schneller laufen. Das heißt, wir sparen hier schon ein bisschen Zeit. Ich glaube, diesmal wird es nicht ganz so lange, da ohne hier durchzukommen. Ich gehe jetzt einfach hier durch Schicht ja immer durch. Suche nach einer Tür. Und hoffe, dass danach es sein wird. Okay, hier ist zum Beispiel einer. Jetzt aber weiter mit dem Chaos. Boah, leider weiß ich überhaupt nicht mehr, wo es hier lang geht. Ey, es ist ein Albtraum. Vielleicht hier? Noch einer rein. Oh Mann, wer hat denn die Idee, dass man echt das hier noch einmal machen muss? Nur hierfür? Ich meine... Naja, von mir aus... Ich bin mal noch nicht da. Aber das sieht jetzt ja nach Ende aus, ne? Wo der Boss kommt. Vielleicht kommt das ja hier dann. So, letzte Hoffnung, diese Tür hier. Bitte sei hier. Wisst ihr was? Das sieht sehr gut für uns aus. Würde ich fast behaupten. Ich habe mir schon gedacht, das würde direkt am Final Boss kommen. So, Graf Knickwitz-Karte. Die letzte Karte in diesem Spiel. Wir haben es geschafft. Ich will jetzt aber wissen, wo wir schon mal hier sind. Was passiert eigentlich? Ach, hier endet das Level einfach. Hier ist nichts. Na gut. Gut. Wenden wir das Level. Es ist immer noch ein bisschen hell draußen. Ich finde, das finde ich echt schön am Sommer. Lange Helligkeit. Teilweise, wenn wir im Winterstream ist, ist das hier schon dunkel und bevor ich anfange. So, wir haben es geschafft. Wir haben alle Karten. Aber ich habe ja gesagt, wir kriegen nichts davon. So, jetzt kann man natürlich... Ich kann auch folgendes jetzt machen. Das mache ich jetzt sogar. Moment. Wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ich habe das schon eben beschrieben, aber ich werde mir so ein bisschen Geld dazu holen und verdienen. Und dann kaufen wir diese Tipton-Bot. Dann finden wir, um euch das gezeigt zu haben. Und dann sind wir durch, würde ich sagen. Den Rest zeige ich euch einfach so ein bisschen auf YouTube gleich. So, wo ist der Karten-Shop nochmal? Hier unten, ne? Dann, würde ich sagen, sind wir mit diesem Spiel auch durch. Endgültig. Klar, haben wir nicht alles gemacht. Wir haben nur ein von drei mal 100 Raum-Challenge gemacht. Wir haben dieses 100 Ritter-Besiegen nur zu einem Viertel durchgemacht. Aber, ich meine, die Botschaft haben wir, glaube ich, alle verstanden, wie es ist. Es zieht sich halt einfach nur. Und klar, ich könnte noch einen Stream dranhängen und das auch machen. Aber zu welchem Preis? Anwende kriegt man einfach nur ein paar Karten hierfür. Und das war's dann. Das lohnt sich einfach nicht. Schanke-Dön? Ja. Ähm. So. Jetzt nehmen wir dann Flipstadt und gehen in Kapitel 4 rein. Äh, Kapitel 3 meine ich. Zurück in die Burg von Konrad. Und segnen den Kellner auch einmal. War eigentlich mal ein Gegner von uns, aber jetzt kommen wir in Frieden. Kann ich aber als Mario jetzt rein? Oder muss ich wieder in einer heißen Braut sein? Nicht. Was machst du denn da? Du, Alter, tu nicht gut. Oh, nein. Nein! Du, Meister Konrad, total heiße Bräute. Hm. Na gut. Ist halt so. Regeln sind Regeln, das sind Ausregeln. Wenn man nicht eine heiße Braut ist, kriegt man einen Laser ab. So ist das auch mal. Oh, wie endet das Level? Aber wir können mit ihm reden. Wenn ich etwas super seltenes sehe, muss ich es einfach besitzen. Aber diesen Schmetterling gegen seinen Wild festzuhalten war keine gute Idee. Ich glaube, ich habe genug von solchen Geschichten. Diesmal hat der Nerd in mir dagegen etwas Unglaubliches geschaffen. Du kannst es gar nicht abwarten. Wie? Mach dich bereit. Ein Meisterwerk. Eine 1 zu 1 Nachbau von Tippi. Mit echten Flügelbewegungen. Ich werde sie Tiptron nennen. Ey, das ist nicht mein Name. Ich heiße Tippi. Hast du das gehört? Sie imitieren Tippi's Stimme. Fast perfekt. Tiptron kann sogar flattern. Siehst du? Ziemlich das Feinste vom Feinsten. Tiptron hat mir den Elite-Status auf Lepidoptero.ner gesichert. Oh, wärst du eventuell daran interessiert, sie zu kaufen? Ich spare für die Erstausgabe von Raufschrift-Krusion. Die muss ich einfach haben. Ich würde dir Tiptron für ganze 999 Münzen verkaufen. Das ist ein krasser Preis für ein so seltenes Sammlerstück. Interesse? Klar. Ich wusste, du könntest zu etwas Feinem nicht widerstehen. Du bist damit der Besitzer des einzigen Tiptrons im ganzen Universum. Er macht ernst. Er nimmt uns die ganze Kohle ab. Wieso habe ich denen nicht meine Sammlerkarten verkaufen können? Der Roboter-Nachbau von Tippi, Tiptron, hat sich da in der Gruppe angeschlossen. Sie sieht den echten Tippi täuschend ähnlich. Na, bis auf die Dinger, die Antennen. Und spricht auch wie sie. Nun, bereit zu gehen. Tja, das Ding ist, sie weiß nicht, dass sie nicht die echte Tippi ist. Und wir können jetzt wieder das hier machen. Wir können hier wieder scannen. Das ist Konrad. Er liebt Anime, Videospiele und Comics über alles. Hat vielleicht nicht viel Ahnung von anderen Dingen, aber er ist ein Experte auf dem Gebiet der Nerdwissenschaften. Er hat mich gebaut. Gebaut? Mich? Nein, ich bin Tippi. Ich wurde von niemandem gebaut. Oh oh. Ein Widerspruch in sich. Das ist Flitzer. Er erlaubt ihr enorm schnell zu laufen. Und so weiter. Ihr versteht schon. In der Regel sagt er ja wirklich exakt das, was Tippi auch sagen würde. Dank dir wurden alle Welten gerettet. Wir sind für deinen Mut und einen Satz dankbar. Zumindest glaube ich, dass sie das gesagt hätte. Okay, also dieses Tiptron weiß eigentlich schon, dass sie nicht Tippi ist. Tja, und das war's eigentlich soweit. Mehr können wir hier nicht machen. Wann kommt der nächste Stream? Keine Ahnung. Das wird... Ich freue mich bereits so auf Mario und Luigi. Aber das ist die Sache. Das ist die Sache. Ich weiß halt nicht, ob ich Mario und Luigi spiele oder doch Pokémon. Irgendwie habe ich Bock auf Pokémon bekommen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach man. Müssen wir mal drüber reden. Ich bin mir noch unsicher, ob ich weiter Mario-Rollenspiel-Marathon mache, was doof ist, weil ich es angekündigt habe. Oder ob ich Pokémon spiele einfach. Pokémon Gelb? Ihr wisst schon. Die Klassiker. Naja. Ähm, aber bevor ich Stream beende, will ich euch, ähm... Ja, da macht Pokémon. Schauen wir mal. Vielleicht frage ich mal auf Discord. Vielleicht können wir mal drüber reden. Ähm. Ich zeige euch noch auf YouTube... Was ganz tolles. Ich zeige euch noch so ein kleines bisschen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Zum Beispiel das. Ja. Ja. Aber ich habe hier, ähm, noch ein, zwei Videos. Ähm. So, das ist Flop-Side-Pit of Trial. 100... Äh, Pit of 100 Trials, Entschuldigung. Von Resbit. So, natürlich gucken wir jetzt nicht eine Stunde acht. So, auf jeden Fall geht der da rein. Und die Gegner da drin, die sind alle Schattengegner irgendwie. Und die sind dementsprechend auch stärker. Und da muss man halt das da machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob der schon das erste oder das zweite Mal da drin ist. Aber es ist halt genau das gleiche nochmal. Nur mit einfach stärkeren Gegnern. Es ist halt nicht sehr spannend. Ich habe das jetzt einmal gemacht. Heute im Stream. Und es war auch okay. Aber es ist jetzt so, ne... Noch zweimal so lang nur das zu machen. Zieht sich natürlich schon. Ihr seht ja, es dauert etwas über eine Stunde. So lange habe ich auch für diesen ersten Flop-Side-Pit gebraucht. Ähm, genau. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es das erste oder das zweite Mal drin ist. Weil beim ersten Mal, dann kommt hier eine Stimme. Das ist aber das zweite Mal drin. Beim ersten Mal sagt einfach diese Stimme, Oh, du bist der legendäre Held oder was auch immer. Ja, dann beweist es, indem du das hier nochmal machst. Und dann muss man das wirklich nochmal machen. Ich dachte mir, das Spiel will mich verarschen. Beim zweiten Mal aber, ähm, da muss man kämpfen. Nämlich an Game & Watch. Also den Smash-Character. Also diese Gegend, die hat auch wirklich was von dem Game & Watch. Achso, die Gegner selber. Ja, aber auch die Gegend. So, das ist so ein bisschen von dem Game & Watch, von der Grafik, sehr stark inspiriert. Achso, der sagt doch. Genau, der sagt, hör, geh in die Röhre, geh raus und dann mach das nochmal. Der hat das jetzt wahrscheinlich geskeppt, das noch einmal zu machen. Das fand ich war ein Riesenverarsch. Also der dachte, warum das Spiel so künstlich in die Länge ziehen. So, dann muss man es wirklich ein zweites Mal machen. Und das hier, um dann erst da den Boss machen zu können. Das ist echt, uh. Also da ist man echt gut zweieinhalb Stunden nur damit beschäftigt. Da spielst du reine Zeitverschwendung. Sollte man rausgehen, Fußball spielen und Sprachen lennen oder so. Gut, das kann man, wenn man will, auch über alle Videospiele sagen natürlich. Ähm. Aber das ist das halt. Aber ich zeige euch zumindest dank der Macht von YouTube einfach den Boss, indem ich es nicht selber spiele. Ich spare uns wirklich damit zweieinhalb Stunden Gameplay. So, weil dann kommt hier so ein Klon-Charakter. Aber guckt, achtet drauf, wie der Typ gebaut ist wie Mr. L, wegen dem Schal. Das ist der normale Luigi. Der ist wie Mr. L, der Schatten. So, dann muss man halt kämpfen gegen den. Und als ich das damals als Jugendlicher gespielt habe, habe ich gegen diesen Boss verloren. Das erste Mal. Ich musste das nochmal da machen. Beim ersten Mal habe ich Alpha verloren. Dann war echt der ganze Weg da unten für nichts. Weil man kann ja nicht speichern zwischendurch. Dann ist halt Pech. So, und da muss man halt kämpfen. Aber was wird der Kerl machen? Aha, der ist jetzt... Das ist jetzt interessant. Ich gucke jetzt... Ich gucke jetzt mit euch so jemand anderem zu, wie er das Spiel spielt. Ist das laut genug? Irgendwie wirkt das so leise. Ich mache mal so laut, das geht. So. Ich glaube, der macht das OG-mäßig und bekämpft jeweils mit dem Charakter den Schatten-Charakter. Ich hätte jetzt einfach Bowser genommen und gesagt, scheiß auf alles. So, und die ist nice, was ihr seht. Das habe ich nie gemacht im Spiel. Irgendwie mit meinem Emulator, mit der Einstellung habe ich es jetzt nicht hinbekommen. Aber wenn man die Remote schüttelt, wenn man auf den Gegner springt und dann in der Luft schüttelt, dann macht er dies nice und man kriegt ein paar extra Punkte. Aber ich habe das meistens eh nicht gemacht, weil das auch viel Zeit kostet. Ihr seht das ja. Dann bleibt man so eine Sekunde in der Luft. Also ich wette, ich habe ein paar Minuten Gameplay einfach gespart, indem ich das nicht gemacht habe. Warum schau mal nicht in dein Let's Play? Ich habe nie... Von dem Spiel habe ich nie ein Let's Play gemacht. Sonst hätte ich euch das gezeigt. Vermutlich. Aber ich habe nie ein Let's Play von diesem Spiel gemacht. Das ist Livestream exklusiv. Ich habe nur Paper Mario 1 als Let's Play gemacht. Von dem Paper Mario Spielnetz. Zum Glück. Okay. Bei dem Bowser hat er bei Easy besiegt. Oh, du musst jetzt nicht alles kennen. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ja. Okay. Komm, hau sie einfach kaputt. Ich will euch nur zeigen, wie die alle kaputt hat. Und ich wurde, wie gesagt, besiegt einfach beim ersten Mal. Es war so traurig. Du hast wahrscheinlich die Zeit besser genutzt und Fußball gespielt und Sprache gelernt. Na klar. Beides gleichzeitig. Ich war richtig auf dem Feld, in der Abwehr und habe richtig einen Buch gelesen dabei. Aber, keine Ahnung, wie man koreanisch lernt. In fünf Minuten. Wie man in fünf Minuten koreanische Sprache zu lesen lernt. Jetzt gibt es wirklich ein Z-Typ-Video. Okay, und dann haut der Mario weg. Also jeder Charakter kommt einmal als Schattenversion irgendwie. Als Boss. Was ein interessanter Boss ist. Wie gesagt, ich hätte den auch gerne gespielt, aber was soll man machen. Der ist auch stark. Oh, das alte Mal habe ich nie eingesetzt, oder? Oh, du bist in Wincibel. Das ist ja heftig. Heftig. Kennst du das Video? Na, siehst du mal. Oh, ein kaputt. Okay, irgendwie hat das kaum einen Mehrwert, was er da gerade macht. Boah. Jetzt kann ich meine Stimme ab. Aber es ist auch nicht schlimm, weil wir sind kurz vorm Ende vom Stream. So, ich zeige euch jetzt nur das, wofür ich jetzt echt zu faul war. Schrägstrich mir das noch zu doof war, das jetzt auch noch zu spielen. Hätte ich jetzt vielleicht, wenn ich es privat gespielt hätte, dann doch mal gemacht. Aber jetzt doch für einen Stream. Also dafür wäre jetzt locker nochmal ein Stream drauf gegangen. Ich hätte jetzt zweimal Flipstadt Spaß gemacht. Das wären etwa zweieinhalb Stunden, äh, Flopstadt meine ich. Und dieses Samar Kingdom Ding, das zeige ich euch gleich. Das wäre auch nochmal locker eine Stunde. Also es wäre gut nochmal ein voller Stream gewesen. So, dann kriegt man diese coolen Karten am Ende davon. Von Dark Luigi und Luigi. Und halt anderen Charakteren. Und das war's. Man kriegt halt Karten dafür. Cool, wenn man diese Kartensammlung vervollständigen will. Aber das war's dann auch. Okay, geht das nicht ein bisschen schneller wenigstens? Irgendwie dauert mir das gerade ein bisschen zu lang. Aber wir sind noch von was durch. Okay, komm. Also ein paar coole, exklusive Karten. Mario Kart. Also vielen Dank nochmal an Resbid fürs Zocken. Ja, und dann geht's wieder raus. Und das war's dann. Und ich meine, stell euch jetzt mal vor, jetzt hätten wir zweieinhalb Stunden das gemacht, was vom Gameplay jetzt auch nicht so spannend ist. Ähm, ja, nur um... Oh, der hat auch das gemacht. Ich hab eigentlich einen anderen Kerl. Nö, dann du. Resbid, bester Mann. So. Das ist Resbid und der geht jetzt hier rein. Das geht eine Stunde 15. Der andere Kerl eine Stunde 8. Also man kann schon sagen, so Stunde 8, Stunde 10, Stunde 15. Und wir haben ja den ersten Teil davon ja auch gemacht. Wir haben ja die ersten 25 Räume davon auch gemacht. Das haben wir gesehen. Ich bin sein Manager. Gib mir ein bisschen Credit für das Video. Ja, Mann. Wieso hab ich keinen Manager? So, ihr kennt das ja. Der macht das mit Mario, was einfach viel länger dauert als mit Bowser. Wer weiß, vielleicht hätte ich das in unter einer Stunde geschafft, wenn der so spielt. Ich meine, der besiegt die alle mit Mario, die Gegner. Ich meine, der benutzt auch diesen Speed Dude, Speed Pixel. Aber es ist ja auch echt nur gut, um von Raum zu Raum zu wechseln. Ja, und dann geht das immer so weiter. Dann geht das so die ganze Zeit. Zwischendurch kämpft er mit Luigi. Vielleicht ist er... Macht er jetzt authentisch und benutzt jeden Charakter mal. Macht er wirklich. Und Peach. Der spielt richtig clever. Der spielt nicht so faul wie ich. Immer einfach immer Bowser bei der OP ist. Der versucht, das Video spannend wie möglich zu gestalten. Der mir alle Charaktere mal machen lässt. Wahrscheinlich auch noch verschiedene Typen benutzt. Äh, verschiedene, ne? Pixel. Mal den Hammerpixel, mal den Bombenpixel. Keine Ahnung was. So. Welcher Nummer ist der jetzt? Wow! Happy Pride Month! Cool. So. Ist das der Big Boss am Ende? Die Nummer 100? Warte mal. Okay. Ist das Video schon so laut, dass es nur geht? Bist du die Nummer 100? Okay. Ist es die Nummer 100? Ich meine, ich habe das damals damals auch gemacht. Und da dachte ich mir aber auch schon, boah, ist das ätzend. Aber das wollte ich jetzt echt nicht noch im Stream machen. Das ist einfach nicht wert. Okay, er scannt den Kerl. Der Endboss. So. Boah, der macht 10 Schaden. Let's go. Voll spannend. Der kann rollen. Ich meine, einfach Bowser Feuer und dann... Ah, der kann auch Feuer machen. Das ist ja krass. Ich kann mich natürlich an den ganzen Scheiß gar nicht mehr erinnern. Wie viel Leben der wohl hat? Hat, glaube ich, Tippy oder Tiptron eben gesagt. Aber ich habe nicht mitgelesen. Oh, das war es schon. Okay. Roll Credits. Nee, ich glaube, hier kommen keine Credits. Okay. Ich meine, coole Idee. Aber das ist vom Gameplay einfach nicht so spannend. Das ist halt das Blöde. Wie gesagt, ich finde, das spielt eine coole Story. Eine der coolsten Storys überhaupt in einem Mario-Spiel. Gameplay ist eigentlich auch cool. Für das, was es ist. Aber dann gibt es halt diese Postgame-Sachen, die einfach öde wie sonst was sind. Leider. Warte mal, hat der Typ das angesprochen? Warte mal, warte mal. Zurückspulen. Die wissen es. Der Typ spricht es an. Wurde das ganze Kämpfen nicht langweilig? Ja, wurde es. Nintendo. Intelligent Systems, die das Spiel gemacht haben. Ihr wisst es, dass es langweilig ist. Und ihr habt es trotzdem einfach so reingebaut. Wieso haben die das gemacht? Naja, aber auf jeden Fall kriegt man diese coolen Sachen. Wir kriegen Karten von unseren Partnern. Von Paper Mario 2. Was sehr cool ist natürlich. Das sind alles unsere Partner aus Paper Mario 2. Ich weiß nicht, ob der die jetzt auch zeigt. Und irgendwo kriegt man auch die Karten von den Paper Mario 1 Leuten. Aber wo war das nochmal? War das vielleicht in dem Pit of 100 Schweiz vom Flopstart, wenn man das erste Mal reinging? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr, wo man die herbekommen hat. Der zeigt die leider nicht. Der andere vielleicht? Der zeigt die leider auch nicht. Na gut, es sind halt Karten von den Paper Mario 2 Partnern. Und es gibt halt auch Karten von den Paper Mario 1 Partnern. Richtiger Schlag in die Fresse. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ja, aber das ist es halt. Und jetzt bin ich froh, dass ich es euch einfach so gezeigt habe. Und ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Selbst der Typ sucht ja auch irgendwelche Stellen ab und denkt sich, ja, es kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Ihr müsst doch noch irgendwas sein. Nein, die Antwort ist nein. Hier ist nichts mehr. Okay, dann war es das. Das war Super Paper Mario. Wie gesagt, Vor- und Nachteile. So Gameplay-mäßig nicht das stärkste Ding. Aber wenn ich höre, dass Stickers da schlechter sein sollen, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt als nächstes so, oder die nächsteren Spiele spielen werde, oder ob ich doch auf Pokémon wechseln werde. Wie gesagt, ich muss mich noch damit auseinandersetzen gedanklich. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen bei diesem Spiel. Wie gesagt, Gameplay-mäßig ging das eigentlich kürzer als Paper Mario 2. Wir haben jetzt fünf Streams gebraucht. Hätten wir die Sachen alle fair mitgespielt, wären es sechs Streams gewesen. Paper Mario 2 haben wir sieben Streams vorgebraucht. Von daher war es noch ein bisschen mehr Content. Aber es war auch Paper Mario 2, also die Legende vom Eontor, hatte ein paar nervige Stellen, weil man echt sehr viel hin im Tenno laufen musste. Aber generell eigentlich ein bisschen cooler. Fragt mal auf Discord, was hier an und nachzudenken. Ja, wir können das gerne mal ansprechen, das Thema im Discord. Also für euch, die das auf YouTube gerade sehen, oder gerade jetzt noch im Chat sind, oder hier gerade zugucken, scrollt gerne runter. Und in die Videobeschreibung oder Twitch-Beschreibung, da gibt es diesen coolen Discord-Server, falls ihr euch drin seid, dann könnt ihr da rein und dann kann man cool darüber diskutieren oder einfach über andere lustige Sachen sprechen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und genießt den Tag und genießt die kommende Woche. Bis dahin und ciao!